Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch. Lassen wir nicht absprechen, dass ich einen Herz für den VfB habe. Sverrison, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2 zu 1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen, jetzt kommt er weiter mit der Pindesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Pikmica hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister! Ja, natürlich, weil wir haben unsere Chancen immer, wenn wir spielen. Aber es ist so, wenn du gegen Wolfsburg eine gute Mannschaft spielst, du musst deine Chancen reinmachen. Das ist einfach so, wenn du nichts magst, du verlierst die Spiele. Und das ist ganz klar. Aber für uns ist es wichtig, dass wir gut spielen. Und dann die Punkte kommen. Borna Sosa. Mensch, jetzt falle ich dem noch ins Wort. Borna Sosa mit der besten Analyse zum gestrigen Spiel in Wolfsburg. Und damit herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung Borna Sosa und Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Und für uns ist wichtig, dass wir spielen gut. Er hat es voll auf den Punkt gebracht, ne? Ja, absolut. Also das ist ja sowieso das, was man immer wieder hört. Am Ende kommen die Punkte von alleine. Die Leistung muss passen. Und man schaut sich einfach an, wie tritt der VfB auf. Und ja, man ist dann optimistisch, dass sich die Punkteausbeute eher der Leistung anpasst und nicht andersrum. Diese Befürchtung gab es ja auch mal zwischenzeitlich. Aber ich denke mal, die Mannschaft konnte bislang dann doch ganz gut abliefern und hat genügend Punkte eingefahren an den ersten 13 Spieltagen. Kann man, denke ich mal, so zusammenfassen. Mini-Fazit an dieser Stelle. Würde ich auch sagen. Und auch gestern bin ich der Meinung, die Leistung hätte einen Punkt verdient gehabt, oder? Ja, da gehe ich absolut mit. Also, du hast halt immer das Problem, dass der Gegner der DFB ist und dann auch noch die Mannschaft, gegen die du antreten musst. Ja, kleiner Seitenhieb da hier zu Beginn. Wir kommen gleich drauf zu sprechen, Sebastian. Müssen aber noch ganz kurz für alle, die gestern beim Fanradio nicht dabei waren, etwas zur vergangenen regulären STR-Ausgabe nachtragen. Denn wir haben ja im Union-Segment uns darüber unterhalten, ob Gregor Kobel eine Teilschuld am 0 zu 1 hat. Also, kann er den Ball halten von Friedrich, war unsere Frage. Was sagt da ein Torhüter dazu oder ein Torwarttrainer? Und wir dachten uns, jetzt sprechen wir einfach mal den Marc-Nikolaj Schlecht, seines Zeichens Vereinsbeirat des VfB Stuttgart an, der ja dann doch erfolgreiche Karriere als Torhüter hingelegt hat. Und er klärt auf und sagt, naja, er ist nicht der Meinung, dass Gregor Kobel weiter in der Mitte hätte stehen müssen bei dieser Aktion, sondern er sagt, die Position bzw. das Stellungsspiel war nicht das Problem, sondern die Reaktion. Er springt aus dem Stand. Mit ein, zwei Zwischenschritten hat er mehr Tempo und kommt weiter in die Ecke. Aber ich sehe es auch so, kein Vorwurf, war schwer zu halten. Also, dann wissen wir das jetzt auch und das hat mich ein bisschen weitergebracht. Ich habe mir die Szene dann nochmal angeschaut. Und natürlich, Marc hat absolut recht, mit einem oder zwei Zwischenschritten kommt er schneller in die Mitte und kann dann seine Absprungposition verbessern. Da werde ich in Zukunft noch genauer drauf achten. Danke an den Vereinsbeirat an dieser Stelle. Gut, jetzt aber, Sebastian, jetzt zu Wolfsburg. Und dann kommen wir gleich mit der nächsten Beichte um die Ecke. Ja, ja, ja. Ja, es sind momentan wirklich anstrengende Tage, muss man wirklich sagen, die wir uns aber selbst ausgesucht haben. Kommt dazu, wir haben uns einen so schönen Terminkalender zusammengeschustert, wie wir neben dem Fanradio auch noch vollwertige STR-Ausgaben produzieren können. Und dann schlägt ein anderer Terminteufel zu. Sprich, eigentlich war geplant, wir nehmen am Dienstag die STR-Ausgabe 148 auf und haben dann natürlich am Montag Zeit, das Spiel nochmal ausführlich uns anzuschauen, zu analysieren und dann ausgiebig darüber zu sprechen. Ihr merkt es schon, das ging jetzt gründlich schief, denn wir werden morgen einen anderen Termin wahrnehmen müssen. Und deswegen konnte ich mir und auch der Sebastian konnte sich dieses Spiel gegen Wolfsburg nicht nochmal anschauen. Und wir haben jetzt einfach nur die Eindrücke vom Fanradio, die natürlich mit Vorsicht zu genießen sind. Also wenn das eure erste STR-Ausgabe sein sollte, eure erste vollwertige STR-Ausgabe, dann empfehle ich euch, darüber hinwegzusehen, dass wir jetzt sehr oberflächlich über dieses Spiel sprechen werden. Und verweise auf die Folgen, die im neuen Jahr veröffentlicht werden und die dort dann stattfindenden Analysen, die etwas ergiebiger sein werden. So, genau. Und auch in diesem Jahr werden wir noch das Freiburg-Spiel, glaube ich, ausführlich dann besprechen, oder? Natürlich, gefühlt ist nach Weihnachten das Jahr rum. Neues Jahr, ja, genau. Aber du hast absolut recht, es müsste dann am 29. der Fall sein, da werden wir noch über das Freiburg-Spiel sprechen und natürlich schon einen Blick auf den kommenden Gegner im neuen Jahr dann richten. Boah, das ist Leipzig, oder? Boah, ja, am 2. Januar auch gleich, ne? Ja, aber da sind alle noch... Wie viel schlechter könnte so ein Jahr losgehen? Nee, da bist du noch voll truff vom 31. Jahrhundert. Das ist alles okay, das kann man verschmerzen. Am Ende wird das verschwimmen, war das jetzt Realität oder doch nur eine Einbildung? Also von daher, lieber dann in dieser voll alkoholisierten Phase als bei vollem Bewusstsein und noch schlimmer, vielleicht am 34. Spieltag oder so, das ist ja dann die absolute Hölle. Na gut, wenn man ja Silvester aufgrund des Lockdowns eh nicht so richtig feiern kann, feiere ich dann vielleicht Silvester auch vom 1. auf den 2. Januar einfach. Ja, also ich feiere hier mit mir selbst ausgiebig und feuchtfröhlich, kann ich schon mal sagen. Also ich muss mir dann auch keine Sorgen machen, dass ich mich in irgendeiner Art und Weise vor irgendjemanden blamiere. Wenn nur ich und meine Familie da sind, dann ist das überschaubar und... Genau, und das Problem des Nachhausekommens ist dieses Jahr auch geklärt. Ja, wahrscheinlich ist es eher das Problem, wie ich hier wieder wegkomme, wenn ich... Nein, Quatsch. Lass uns jetzt über Wolfsburg reden, bevor das hier noch schlimmer wird. Ja, also wie gesagt, wir fassen uns da relativ kurz. Ich kann da mal ganz schnell ein Statement von Materazzo runterbeten, das aber eigentlich auch sehr treffend formuliert, was wir da am vergangenen Sonntag gesehen haben. Er meinte, es war ein ordentlicher Auftritt von uns, ein Spiel auf Augenhöhe gegen eine gute Wolfsburger Mannschaft. Wir haben Chancen auf beiden Seiten gesehen. Wolfsburg hat per Freistoß getroffen. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Wir müssen uns für die Leistung nicht schämen. Kopf hoch, weiter geht's mit dem Pokalspiel gegen Freiburg am Mittwoch. Tja, Sebastian, erstmal gleich die Kernfrage schlechthin. Bist du der Meinung, dass der Elfmeter, den es... Ich glaube, da müssen wir nicht lange drüber sprechen. Einfach hätte geben müssen. Erinnert euch wahrscheinlich auch noch an das Foul von Baku gegen Gonzalez. Ich meine, es war die neunte Minute. Bist du der Meinung, dass das wirklich dann am Ende dazu beigetragen hat oder beziehungsweise der ausschlaggebende Punkt war, warum der VfB jetzt hier ohne Punkt nach Hause fahren musste? Oder zieht man sich da von Stuttgarter Seite an etwas hoch, was jetzt gar nicht so ausschlaggebend war, weil es ja noch genügend andere Möglichkeiten für den VfB gab? Also es jetzt alleine an der Szene festzumachen, die in Auswärtsinier lag, ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber natürlich, wenn du nach neun Minuten dann vermutlich in Führung gehst, ist es ein ganz anderes Spiel. Das ist ja keine Frage. Und der VfB hat es jetzt am Sonntag leider auch geschafft, sein erstes Spiel ohne eigenen Treffer abzuschließen. Auch das wäre dann vom Tisch gewesen. Also ja, und ich finde, man darf sich da schon drüber aufregen. Ich finde es aber auch gut, dass das Thema nicht gegebene Elfmeter jetzt beim VfB gar nicht so im Vordergrund steht in der offiziellen Kommunikation, sondern man sagt ja auch wirklich, hey, wir hatten auch außer dieses Elfmeters unsere Chancen und wir haben leider verpasst, die zu machen. Dann haben wir die Chance von Silas in der ersten Halbzeit, die Riesenchance von Gonzalez in der 70. Minute und viel mehr Chancen. Ja gut, ein paar mehr Chancen hatte der Wolfsburg auch, aber sie machen dann eigentlich das Tor aus keiner Chance, weil sie ihre Chancen auch liegen lassen. Und ja, wenn du halt gegen den Tabellenvierten spielst, sind das halt diese wenigen Momente, in denen du halt dann wirklich voll konzentriert sein musst und dann halt ein Tor schießt. Und ja, ansonsten geht es halt wirklich 1-0 aus und da war Wolfsburg dann vielleicht ein bisschen cleverer. Aber der Sieg ist ja auch jetzt nicht komplett unverdient. Ich finde, so die ersten 45 Minuten gehörten schon Wolfsburg, jetzt diese Elfmetersituation, die Silas Chancen mal ausgeklammert, aber ja, die hatten da schon die besseren Chancen, waren zwingend, da haben den VfB gestresst. Und ja, dass der VfB mit dem 0-0 in die Halbzeit geht, war dann schon ein bisschen glücklich. Und in der zweiten Halbzeit war der VfB dann aber deutlich stärker und gegen Ende des Spiels haben sie ja dann wirklich nochmal gedrückt und haben es aber verpasst, sich so die richtig, richtig klaren Chancen rauszuarbeiten. Was auch daran lag, dass Wolfsburg halt defensiv halt sehr, sehr clever und sehr, sehr konzentriert einfach verteidigt. Ich meine, das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, dass Wolfsburg ein reguläres Tor in der ersten Halbzeit geschossen hat. Genau, ja. Ja, also das hätte normalerweise zählen müssen. Also wenn wir jetzt von Schiedsrichter-Fehlentscheidungen sprechen, dann hat er auf beiden Seiten sozusagen zugeschlagen. Nur ich verstehe natürlich schon, dass Sven Wissenthal mehr und mehr der Kampf schwillt, weil sich das ja schon durchs komplette Jahr jetzt durchzieht, dass der VfB, ich sage, nicht benachteiligt wird, sondern es ist halt einfach so, dass Entscheidungen, die man so und so auslegen kann, tendenziell eher gegen den VfB entschieden werden. Da erkenne ich noch keine Agenda, aber es ist natürlich schon dann trotzdem, ja, auffällig. Und man fragt sich halt, Mensch, haben wir jetzt einfach nur Pech? Also ist es halt einfach mal ein scheiß Ja gewesen für uns, was Schiedsrichter-Entscheidungen angeht? Oder liegt das daran, dass sich Sven Wissenthal ein paar Mal schon geäußert hat in einer gewissen Art und Weise, dass man dann beim VfB, was weiß ich, mal strenger ist oder so? Ich weiß es ja auch nicht ganz genau, aber es ist halt echt einfach zu sehr, oder es sticht mir halt wirklich ins Auge, wie oft der VfB da in Situationen eben nicht das Glück hat und dann vielleicht mal einen Elfmeter bekommt, auf der anderen Seite erzähle ich das gerade und habe vor 30 Sekunden davon gesprochen, dass der VfB Glück hatte, dass ein reguläres Tor nicht zählte. Also von daher habe ich mich da wahrscheinlich schon selbst widerlegt. Trotzdem bin ich irgendwie unzufrieden mit der Schiedsrichterleistung im Allgemeinen eben dann in den, ja, VfB-Spielen im Jahr 2020. Ja, und ich finde, wenn man den Weg wüsste, wie es zu den Entscheidungen kommt, okay, aber jetzt sage ich einen Satz, den man in diesen Tagen leider viel zu häufig hört. Ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker. Ja, aber, nee, aber das Tor von Sascha Kalajdzic gegen Union Berlin, also wie oft haben wir das in der Slow-Mo gesehen, aus verschiedenen Winkeln, wie lange wurde das geprüft? Auf Hand, auf Stürmerfoul, auf Abseits, auf nicht hochgezogene Stutzen, ich weiß nicht, ob was alles geprüft wurde. Also ewig, in verschiedenen Perspektiven, für uns sichtbar am Fernsehbildschirm. Und dann siehst du die Situation, das Foul an González und in der zweiten Halbzeit nochmal nach dem Abschluss von, war es auch von González, weiß ich gar nicht mehr, ein eventuelles Handspiel von Wolfsburg. Und es wird halt jedenfalls für uns ersichtlich am Fernsehbildschirm 0,0 geprüft. Es kann ja sein, dass die in Köln sich einen Wolf prüfen, aber wenn ich es nicht sehe, passiert es für mich ja nicht. Und das finde ich halt so ein bisschen komisch. Warum wird das Kalajdzic-Tor so exzessiv geprüft und eine Situation wie von González für mich gar nicht? Und wir wissen bis heute nicht, hat der VAR überhaupt das geprüft? Und er hat gesagt, okay, für mich ist es eigentlich ein Foul, aber es laufen zu lassen ist keine klare Fehlentscheidung, deswegen schreit die nicht ein. Oder hat er gesagt, der Bartstübner hat recht, ist im Leben kein Foul, weiterlaufen. Und das muss ich doch wissen, wenn ich vorm Fernsehbildschirm sitze, weil ansonsten denke ich irgendwann, okay, also irgendwas stimmt da nicht. Und der VfB wird benachteiligt systematisch. Also angeblich wurde die Szene überprüft, aber ich gebe dir natürlich recht. Ja, aber angeblich, also sorry. Das sag ich jetzt angeblich. Ja, genau. Und Kolinas Erben sagt, ja, es wurde vermutlich geprüft, weil die meisten Sachen geprüft worden sind. Aber es muss doch möglich sein, dass man nach dem Spiel oder schon in der Szene sagt, es wurde geprüft oder es wurde nicht geprüft. Also wo ist denn da das Problem? Ich verstehe es nicht. Das Tool gibt es ja wohl, dass praktisch der Ketter in Köln zumindest den übertragenen Sender ein Signal schicken kann, das andeutet, hier wird gerade was überprüft. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie inflationär, möchte ich vielleicht schon sagen, das eingesetzt wird oder ob das dann wirklich nur bei ganz eindeutigen Überprüfungen, längeren Überprüfungen benutzt wird oder so. Aber ich habe ja gestern schon mal die Idee geäußert, ob es nicht möglich wäre, dann einfach oben kurz so ein kleines Symbol einzublenden, das halt dem VAR-Symbol gleicht oder von mir aus halt einfach diese Pfeife mit dem Kreis drumherum, das bekannte VAR-Symbol halt einfach. Kann man das nicht kurz einblenden und dann weißt du, okay, hier wird was gescheckt, das Spiel kann ja weiterlaufen. Das ist ja völlig okay. Und ich brauche noch nicht mal eine genaue Ausführung, warum jetzt wie entschieden wurde, onscreen sozusagen. Aber einfach mal, um das Gefühl zu haben, okay, die Szene wurde sich noch mal angeschaut und sie wurde halt anders bewertet. Ja, da kann man ja wirklich dann, man kann ja über die Szene auch diskutieren, über das Foul. Ist ja jetzt nicht so für mich, dass ich sage, das ist in 100 Fällen 100 Mal Elfmeter. Das ist definitiv nicht so. Also ich glaube, wenn du die Szene 100 Mal durchlaufen lässt, gibt es wahrscheinlich irgendwie so 85 Schiedsrichter, die sagen, das ist faul und 15 sagen, es ist kein faul. Und dann kann man sich das so herleiten, dass halt eben der Günther Perl das als kein faul wertet und auch der Florian Badschübner als kein faul wertet. Aber man weiß, wie du halt richtigerweise erklärt hast, okay, die Szene wurde noch mal analysiert und es kam eben dieses Ergebnis dabei raus, damit müssen wir leben, finden wir scheiße, aber ist halt einfach so. Genau, genau. Und dahingehend muss ich halt grundsätzlich auch was tun. Also dass das einfach transparenter wird, nicht nur für den TV-Zuschauer, aber da finde ich, ist es noch am einfachsten herstellbar, sage ich jetzt mal, sondern das muss eigentlich auch dann für Zuschauer später dann mal wieder im Stadion möglich sein, schnell zu erfahren, dass gerade was geprüft wird, im Idealfall auch noch was geprüft wird. Also in dem Moment, wo eine Überprüfung länger als 60 Sekunden dauert, muss es auch möglich sein, kurz eine Erklärung, es muss wie gesagt kein Roman sein, aber einfach eine kurze Erklärung mit irgendwie auf den Screen im Neckarstadion zum Beispiel zu schicken, wo dann draufsteht, keine Ahnung, Abseits wird überprüft oder wie auch immer. Und man hat sich ja mal in die richtige Richtung entwickelt und es gab dann auch immer diese Erklärungen, du kannst dich bestimmt noch erinnern, als wir im Stadion waren, diese Erklärungen im Anschluss dann sozusagen nach einer überprüften Szene, das ganz kurz oben eingeblendet wurde, was wurde überprüft, wie wurde entschieden. Ist aber auch wieder ein Problem gewesen für mich als Stadionzuschauer, weil du, wenn du im Stadion bist und gerade das Spiel beobachtest, natürlich nicht ständig auf den Screen hochschaust, außer es wird mit einem Signalton unterlegt. Das kann man sich natürlich auch überlegen. Also da wird die ganze Zeit irgendwie die Hupe vom Mercedes eingeblendet und was weiß ich alles, ob man da nicht einen kurzen Pfiff oder was weiß ich, was man sich da einfallen lassen kann. Also einfach nochmal ein akustisches Signal, dass du kurz auf den Screen schaust und weißt, okay, es wurde überprüft, es wurde so und so entschieden. Also das muss möglich sein. Das lenkt, glaube ich, auch nicht zu sehr ab vom Spielgeschehen. Da erwarte ich schon noch. Und meinetwegen darfst du doch gerne dann Holger Laser kurz einsprechen und dann wird noch das VR-Urteil präsentiert von irgendeinem Premium-Sponsor. Das ist mir egal, aber du musst halt irgendwie eine Transparenter machen. Das regt mich so auf. Der VR wurde eingeführt, jetzt kann man das gut oder schlecht finden, aber er hat sich halt seitdem überhaupt nicht weiterentwickelt. Und er ist halt nach wie vor einfach in der Umsetzung einfach mies. Ja, und er sorgt halt dafür, dass es solche Szenen gibt wie am vergangenen Mittwoch. Da fällt das 2-2. Und eigentlich, also, wir haben das Spiel live geschaut, die komplette Euphorie wird gekillt in dem Moment. Im Stadion kann ich mich natürlich dann mit den anderen zusammen freuen. Und da freut man sich auch einfach nur der Freude willen. Also, weißt du, ich meine, da zieht man sich gegenseitig fast wieder hoch. Aber wenn du halt alleine zu Hause vorm Screen sitzt und musst drei Minuten darauf warten, ob jetzt das Tor zählt oder nicht, ja, dann ist es mir fast schon irgendwann egal. Ist es natürlich nicht, aber die Emotion ist irgendwie dann raus aus der Nummer. Und ganz ehrlich, für sowas lebt man doch eigentlich. Oder beziehungsweise, das macht doch den Fußball aus, dass du in der 93. Minute den Ausgleich schießt und eigentlich hoffnungslos zurücklagst. Und das nehmen sie dir halt und killen die Emotionen. Und das macht es halt noch schwerer, finde ich. Also, beim VfB kann ich mich vielleicht noch freuen, weil es mein Verein ist. Aber es macht es halt noch schwerer, wenn du als neutraler Fan Spiele schaust, wo es dann teilweise ja absurd wird. Also, es gibt ja ähnliche Beispiele, wie eben das von vergangenen Mittwoch, dass du dann warten musst, bis ein Tor zählt oder eben nicht zählt und darüber entscheidet, ob eine Mannschaft in Champions-League-Halbfinale einzieht oder eben nicht. Und das sind natürlich dann echt also für neutralen Zuschauer auch immer schleppende Minuten und am Ende ist dir auch fast scheißegal, wie entschieden wird. Und das sollte ja nicht der Fall sein. Ja. Ja, wenn der Zeitpunkt der kompletten Ekstase nicht der ist, in dem der Ball die Linie überquert, sondern der, in der der Schiedsrichter nach zweieinhalb Minuten entweder auf die Mittellinie zum Anstoß zeigt oder halt irgendwie den Strafraum zum Freistoß, ja, dann ist es kein Fußball mehr. Also, da bin ich komplett bei. Das ist einfach Kacke. Ja, was kann man sonst noch über das Spiel sogar aus dem Kopf heraus erzählen? Also, die erste Halbzeit, wie gesagt, ich fand das eigentlich ganz ordentlich, wie es der VfB gemacht hat. Wolfsburg war stärker. Wolfsburg ist für jede Mannschaft ein unangenehmer Gegner. Das werdet ihr wahrscheinlich auch schon gesehen haben, wenn ihr mal eine Zusammenfassung von irgendwelchen Wolfsburg-Spielen bei der Sportschau oder so gesehen habt. Also, es ist immer schwer, gegen Wolfsburg zu spielen. Dafür fand ich, hat es der VfB richtig gut gemacht, hat Wolfsburg Aufgaben gestellt und Wolfsburg hatte so eine Phase in der ersten Halbzeit, da haben sie ihre Linie eigentlich so ein Stück weit verlassen, weil sie ja schon sehr kontrolliert aufbauen und also, so ein richtiger Überfallfußball, den sieht man ja nicht so regelmäßig von Wolfsburg. Gibt natürlich auch mal, klar, Spieleabschnitte oder das Ergebnis gibt es her, dass Wolfsburg dann auch ein bisschen offensiver, aggressiver zu Werke gehen muss. Aggressiv sind sie eigentlich immer. Aber was mir aufgefallen ist in der ersten Halbzeit, darauf wollte ich zu sprechen kommen, ist, wie schnell das Mittelfeld von beiden Mannschaften teilweise überbrückt wurde. Was ich so nicht erwartet hätte, weil ich wirklich fest davon ausgegangen bin, dass Wolfsburg da eben den Laden mehr oder weniger dicht macht und dem VfB gar nicht die Möglichkeit gibt, dann das Altbekannte, aus dem Sechserraum werden die Bälle verteilt und dann geht es schnell nach vorne, Spiele aufzuziehen. Das hat auch nicht so gut funktioniert, muss man sagen. da fehlte meistens aber eher die Präzision und nicht so sehr die Räume. Also das hat mich auch so ein bisschen gestört und das ist meine Frage jetzt an dich. Hast du jetzt dann das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft dann auch schon ein Stück weit am Stock geht? Also sprich, dass jetzt hier einfach dann doch die Kraftfrage gestellt werden muss, nach so vielen Spielen in kurzer Zeit für die junge Mannschaft, die das unter Umständen noch nicht gewohnt ist. Ich kann es schlecht einschätzen. Von außen betrachtet, ich gebe meine Antwort mal gleich, wäre es eigentlich merkwürdig, wenn du, also wenn das jetzt die Mannschaft schon überstrapazieren würde. Ich weiß nicht, wie du es einschätzt. Ja, ich hatte es ja auch im Fanradio mal angesprochen, zum Beispiel jetzt bei Vataro Endo, ob der vielleicht irgendwie ein bisschen überspielt ist. Also ich glaube, dass das Spiel vom VfB, was sie jetzt über die ganze Saison bisher zeigen, doch ein sehr intensives Spiel ist und du brauchst dafür körperliche Frische und du brauchst auch mentale Frische und ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt so ein bisschen nicht mehr gegeben ist, nicht weil jetzt der 13. Spieltag ist, sondern wirklich wegen der englischen Woche. Kann ich mir ein Stück weit schon vorstellen und ich habe dann mir auch die Interviews nach dem Spiel angeguckt, wir hatten ja den Schnipsel von Borna Sosa schon gehört und auch Daniel Didavi hat sich geäußert und das war wieder sehr wohltuend und er sagt auch, das Spiel hat wieder gezeigt, sie müssen halt immer 100 Prozent geben, um erfolgreich zu sein. 95 Prozent reichen, und das ist vielleicht schon so ein Ding, dass du halt nach drei Spielen innerhalb von sieben oder acht Tagen vielleicht dann nicht mehr in der Lage bist, diese 100 Prozent zu geben, sondern es halt einfach dann nicht mehr so ganz reicht, vielleicht nicht nur körperlich, sondern auch so, ja, von der mentalen Frische her und wenn du dann wirklich auch nach Union Berlin jetzt gegen Wolfsburg auf den zweiten super unangenehmen Gegner triffst, die halt so viele eingestanzte Automatismen haben, die genau wissen, was sie machen und ich hatte es ja auch angesprochen, Oliver Glasner hatte ja in der PK vor dem Spiel gegen Stuttgart ja schon verlauten lassen und hat sich geäußert und da war klar, hey, der weiß ganz genau, wie der VfB spielt, der kennt, glaube ich, jeden Spieler mit seiner Historie, mit seinen Werten, also der weiß ganz genau, was da auf ihn zukommt und dementsprechend war das Wolfsburger Team auch alles andere als überrascht, das hat man ja von Anfang an gesehen, also die wussten genau, wie sie den VfB bespielen müssen und dann spielst du halt am Sonntagabend im Dezember bei Regen in Wolfsburg ohne Zuschauer, ich glaube, das ist halt ganz, ganz furchtbar und ja und wenn du dann halt schon zwei Spiele in den Knochen hast innerhalb von einer Woche, glaube ich schon, dass da so ein bisschen die Frische fehlt in den Beinen und auch im Kopf, aber auch dafür war es immer noch gut. Ja und du hast auf der anderen Seite Wolfsburg als Gegner, die die Mannschaft in der Bundesliga sind mit den meisten intensiven Läufen, also sprich, die fordern dich da auch in der Hinsicht, also du hast halt dann oft auch die Rückwärtsbewegung, die du mitgehen musst, die du mit Sicherheit dann nicht so gerne mitgehst, wie wenn du halt aufdrehen kannst, das kommt natürlich auch noch dazu und ja, wenn du es jetzt mal ganz genau betrachtest, war es halt einfach ein frustrierendes Gegentor, das du dann auch noch bekommen hast, ja das, das nervt halt, weil ich glaube, du hast es in unsere Telegram-Gruppe geschrieben, wenn der Mangala nicht aus der Mauer rausgetreten wäre, ein Stück nach links, dann hätte er den Ball nicht in Richtung Siders abgefälscht, ja, kausal zu sagen. Ja, er steht ja genau, der VfB bildet die Mauer, jetzt aus Gregor Kobels Sicht, steht Mangala als linkestes Element in der Mauer, aber schon so einen halben Schritt neben der Mauer, also zwischen ihm und der Mauer ist so eine ganz kleine Lücke und als Brekalo anläuft, macht Mangala nochmal, aber es ist auch nochmal so einen halben Schritt nach links vielleicht, ja, um da einen Raum abzudecken, Buonasosa steht da auch schon und ja, dann kriegt er den Ball halt irgendwie unglücklich ab, dann kriegt er den Silas nach, dann ist er drin, unglückliche Szene, also er verlässt halt die Mauer, um eine Lücke zu schließen, macht eine andere auf, klar, wäre er stehen geblieben, wäre nichts passiert, aber andererseits, ja, wenn er halt stehen bleibt, der Ball geht links an ihm vorbei, dann sagt man, er hätte aber einen Schritt raus gemacht, also überhaupt gar keine Schuldzuweisung, aber das passt halt zu dem Tor, was halt super, super unglücklich gefallen ist. Ja, da gebe ich dir absolut recht und wie gesagt, dann hat sich die Mannschaft davon nicht ins Boxhorn, wie man so schön sagt, ja, so, ja, hat halt weitergemacht und das ist halt auch eine Stärke dieser Mannschaft, die killst du nicht durch einfach so ein Gegentor und du weißt ja eigentlich, also die sind ja auch nicht blöd, die gucken sich ja auch die Spiele von Wolfsburg an und wissen, alles klar, jetzt machen die da hinten die Schranke runter und wir laufen uns hier in Wolfs, ja, und dazu kommt, dass Wolfsburg dann wirklich ja noch die Mannschaft ist, die immer wieder Druck aufbaut, ich habe es gerade eben gesagt, intensive Läufe, die meisten Sprints, glaube ich auch in der Liga, nee, ich glaube Bayern hat noch mehr Sprints als Wolfsburg, aber dann direkt hinter Bayern die meisten Sprints, ja, und das zermürbt dich dann auch als Gegner und trotzdem hast du das Gefühl gehabt, fast bis zur letzten Minute, hier geht vielleicht noch was, hier ist was drin, also der VfB war eigentlich immer auf Augenhöhe in der zweiten Halbzeit, die erste Halbzeit, da würde ich schon sagen, hat Wolfsburg das Spiel gemacht und hätte auch eine Führung verdient gehabt, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war das ein unentschiedenes Spiel, es muss eigentlich 1-1 ausgehen oder 0-0, dann sind alle zufrieden, ich glaube auch die Wolfsburger wären zufrieden mit einem Unentschieden gewesen und für den VfB wäre es halt ein schöner Abschluss gewesen, wenn man wirklich dann ohne Auswärtsniederlage diesen ersten Teil, sage ich jetzt mal, der Hinrunde absolviert hätte, ja, also ich finde jetzt wenig, was ich kritisieren möchte, es gibt bestimmt Fehler, wenn wir hier in eine tiefere Analyse einsteigen würden, so wie wir das sonst machen, die man auch aufdröseln kann, aber wie gesagt, aufgrund der terminlichen Schwierigkeiten, würde ich sagen, wir belassen es mal dabei und versprechen euch in der nächsten vollwertigen STR-Ausgabe wieder eine ausführliche Analyse zu bieten, aber vielleicht haben wir ja nachher noch ein Thema, über das wir uns länger unterhalten können, von daher, vielleicht liegt der Fokus in dieser Ausgabe weniger auf dem sportlichen und auf andere Themen, also dann nehmt es einfach mal als vereinspolitische Ausgabe, können wir ja auch so deklarieren. Und insgeheim sind wir dann vielleicht auch ganz froh, dass das Spiel gestern relativ ereignisabend war und nur ein Tor gefallen ist und es kein 5-1 oder 3-3 oder 2-2 oder 3-2 oder 2-3 war, was wir in der Saison auch schon gesehen haben, also das hat uns so ein bisschen in die Karten gespielt. Das müssen wir zugeben, das stimmt. Gut, wir haben natürlich trotzdem noch ein kleines Segment, das wir hier mit einfließen lassen und da geht es um den Spieler der Saison und dementsprechend um den Spieler dieses Spiels. Wir haben wieder auf Twitter gefragt, wer war für euch der beste Mann des VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg und diesmal war es echt knapp. Also Platz 1 war relativ eindeutig, aber dahinter wurde es richtig knapp. Platz 1 geht an Gregor Kobel mit 69 Stimmen. Ja, wir können ja auch ganz kurz an dieser Stelle nochmal über Gregor Kobel sprechen, der tatsächlich einige gute Paraden gezeigt hat und ich glaube, der kam bei uns gar nicht so gut weg in der Live-Berichterstattung beziehungsweise wir haben den gar nicht so in den Fokus gerückt, wie wir ihn eigentlich hätten in den Fokus rücken müssen, denn gerade in der ersten Halbzeit hat er ein paar Mal richtig stark gehalten und hat den VfB, ich muss schon sagen, im Spiel gehalten. Ja, aber das ist ja eine Riesenchance, wo Weghorst irgendwie durchsteckt und ich war der festen Überzeugung, es sei abseits, war es aber gar nicht und dann ist es glaube ich, war es Gerhard, der dann abschließt und Kobel rettet da und Gerhard hat dann den Kopfball ausspielt zum Winkel an Außenpfosten. Ja, Gregor Kobel irgendwie super souverän gegen Wolfsburg. Also vier Paraden, dann auch wieder vier gehaltene Schüsse von innerhalb des Strafraums, was ja nochmal besonders schwer ist, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Schüsse von innerhalb des Strafraums platzierter und natürlich dann auch schneller aufs Tor kommen. Also das war schon alles sehr, sehr gut von Gregor Kobel, auch beachtenswert an der Stelle seine Passquote. 84,2 Prozent. Das ist schon ein guter Wert für einen Torhüter, würde ich mal behaupten. Haben wir auch schon ganz anders gesehen, auch von Gregor Kobel und an ihm lag es jetzt nicht, dass der VfB keine Punkte geholt hat. Deswegen kann ich schon verstehen, warum einige hier Gregor Kobel die drei Punkte gegeben haben und ich mache gleich mal weiter mit Platz zwei. Der geht nämlich an, überraschenderweise muss man sagen, Matteo Klimowicz. 49 Stimmen. Ja, aber der hat echt auch Alarm gemacht, nachdem er reinkam, muss man sagen. Ja, hat für viel Belebung gesorgt, hat halt immer noch so ein bisschen das Problem, dass er in manchen Situationen, ich sage nicht, die falsche Entscheidung trifft, aber mit der richtigen Entscheidung sich etwas lang oder zu lang rumschlägt, möchte ich mal sagen. Genau, also er trifft oft nicht die beste Entscheidung, sagen wir es mal so. Oder nicht zur richtigen Zeit. Ja, also es ist nie ganz falsch, was er macht und er hat auch oft, ich weiß nicht, ist es dann Glück, wenn er sich manchmal so durchmogelt, durch irgendwelche Gegenspieler und so. Also wir haben es ja glaube ich schon mal gesagt, du erkennst einfach, dass er unglaublich gute Anlagen hat und du hast das Gefühl, wenn jetzt noch ein Dominostein umkippt, dann zerschießt der die Bundesliga. Also die Anlagen dafür sind da und die blitzen auch immer wieder auf und ich hoffe ja jedes Mal, wenn der von Beginn an spielt, dass er jetzt das Spiel abliefert, das den Durchbruch sozusagen bringt. Aber du hast manchmal das Gefühl, dass es für ihn auch besser ist, wenn er eingewechselt wird. Also in dem Spiel definitiv, erinnere dich an das Spiel zuvor, da konnte er ja seine Qualität nicht so ins Spiel mit einbringen, wie wir das von ihm vielleicht aus Mainz zum Beispiel schon gewohnt waren. Da wurde er ja auch eingewechselt und war am letzten Endes der Matchwinner. Also die zwei Punkte gehen verdient. An Klimowitz gehe ich absolut mit und nur ganz knapp dahinter bekommt ein Punkt Orel Mangala. Der hat 45 Stimmen bekommen, also nur viel weniger als der Kollege Klimowitz und Orel Mangala, Sebastian, da waren wir ganz froh, dass der wieder zurück war, denn ich würde behaupten, vor allem Wataru Endo profitierte davon, dass er seinen genialen Nebenpart wieder auf dem Platz hatte, weil er dann ein bisschen freier agieren konnte, auch für die Offensive wieder mehr tun konnte. Mangala für sich fand ich gut, aber jetzt nicht überragend. Also ich nehme schon mal weg, ich bin kein Punktekandidat. Nee, also wundert mich, dass sie die Hörer da reingewählt haben, also weil für mich hat er auch eines seiner schlechteren Spiele abgeliefert. Ja, es war okay, also wir haben, ja es war natürlich, es war okay, aber es war jetzt nicht der beste Mangala. Genau, also wir sind ja von ihm dann weitaus Besseres gewohnt, also da fand ich Endo dann im Defensiv-Mittelfeld deutlich stärker als ihn. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie du hier die Punkte verteilst, wenn du Endo schon erwähnst, ist der denn bei dir in der Verlosung? Ja, ja, ich weiß gar nicht, also die Offensivkräfte tun sich, tun sich diesmal schwer bei mir mit, mit, mit Punkten, ich glaube, ich gehe diesmal auf dreimal zwei und ich verteile die mal an diesem Spieltag komplett in der Defensive und für mich bekommen zwei Punkte, der schon angesprochene Gregor Kobel wirklich souverän gehalten hat, wer hätte sich eigentlich mal wieder ein Zu-Null-Spiel verdient gehabt gegen Wolfsburg, war ja auch eigentlich ein Zu-Null-Spiel, an dem Tor kann er 0,0 machen, also das ist halt so bitter und alles andere hat er wirklich souverän gehalten, das ist echt schade und für mich, oder von mir bekommen dann auch noch zwei Punkte, Marc-Oliver Kempf, weil ich finde, der war da hinten echt so ein bisschen der Schlacht, der Schlacht in der Turm, der Turm in der Schlacht, also stand da wieder sehr souverän und ich bin, also ich war immer schon irgendwie Kempfi-Fan, aber jetzt in dieser Saison bin ich es noch mal mehr geworden, weil ich finde, er macht das da hinten cool, also er ist so ein Schlachtross, aber auch schnell, kann länger Pässe schlagen, haut sich voll rein, nimmt keine, macht keine Kompromisse und ja, also ich bin großer Marc-Oliver Kempf-Fan und ich finde, er war in Wolfsburg auch wieder richtig stark, also zwei Punkte von mir für Marc-Oliver Kempf und ich vergebe auch zwei Punkte für Borna Sosa, weil der doch über links sehr, sehr umtriebig war, hat nicht alles geklappt, aber er war sehr engagiert und kriegt halt noch einen kleinen Bonuspunkt dann auch für das Intro dieser Folge. Ja, das hat er sich wahrscheinlich auch verdient, Borna, also für die Deutschkenntnisse, also wirklich schön. Ja, absolut, also das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, Borna Sosa hatte zwar Deutsch in der Schule, aber von, also vielen Menschen, die mal Deutsch in der Schule hatten und aus dem Ausland kommen, hört man eigentlich, wenn du die Sprache dann nicht regelmäßig sprichst und einfach, ja sozusagen aus den Augen, aus dem Sinn, dann ist es echt schwer, da wieder reinzukommen und bei Borna Sosa, Hut ab, also der spricht Deutsch richtig gut und der Einspieler, den wir jetzt hatten, das war noch nicht mal sein bestes Deutsch, also da gab es manchmal Interviews von Borna Sosa, da habe ich echt nicht glauben können, dass er, ja keine Ahnung, keine deutschen Wurzeln hatte oder so, also das ist echt beeindruckend, Hut ab. Gut, jetzt kommen wir aber zu meinen Punkten. Ja, bitte. Auch relativ kurz von mir bekommt Gregor Kobel drei Punkte, weil ich der Meinung bin, dass Kobel wirklich den VfB im Spiel gehalten hat und, ähm, also einfach, er war der Ruhepol, möchte ich fast schon hinten sagen und hat etwas geschafft, was ich mir immer wünsche, wenn der VfB spielt, nämlich, dass selbst in brenzligen Situationen, ja, du einfach weißt, da hinten steht jemand, der auch mal einen Unhaltbaren halten kann. Das ist jetzt nicht so, dass Kobel in jedem Spiel das Meisterstück gelingt, einen Unhaltbaren zu halten, aber, weißt du, ich hab einfach nicht mehr die Angst, wenn da drei Wolfsburger auf die Stuttgarter Abwehr zurennen, ähm, keine Ahnung, das sind dann meistens Anton und Kempf, die noch übrig sind und hinten steht der Kobel noch drin, äh, dann hab ich nicht direkt Angst, dass wir jetzt ein Tor fangen. Das war ja in der Zweitligasaison noch anders und ich möchte gar nicht von den schlimmen Zeiten in der Abstiegssaison sprechen, da konnten gefühlt, da konnte gefühlt ein Gegenspieler auf fünf Stuttgarter zulaufen und du wusstest jetzt, Schepperts, ähm, also, und Kobel strahlt eine gewisse Ruhe aus, manchmal hat er auch noch kleine Fehler drin, aber in dem Alter ist das völlig okay und ich bin ganz ehrlich, normalerweise hätte ich Kobel jetzt auch nur zwei Punkte gegeben, aber ich finde, er hat auf die Saison, auf die bislang gespielte Saison gesehen, von uns zu wenig Punkte bekommen, deswegen kriegt er von mir diesen Bonuspunkt und kriegt die drei Punkte, äh, zwei Punkte gebe ich Marc-Oliver Kempf, ähm, der mich auch wieder mal überzeugt hat, also, der spielt eine fantastische, äh, hinrunde, muss man sagen, hat auch kaum zwei Kämpfe verloren jetzt, äh, am vergangenen Sonntag hat das richtig gut gemacht, Aufbauspiel hat wieder gepasst, äh, ich glaub, es war der Spieler mit den meisten Ballkontakten oder fast mit den meisten Ballkontakten sehr aktiv, gerade im Aufbauspiel, äh, und er gehört halt auch zu, ja? Sorry, und auch mit Lattentreffern, ne? Gleich nach dem Wideranpfiff, also war vielleicht, vielleicht Hand, vielleicht wäre es abgefiffen worden, aber auch da, nach dem Standard, wirklich brandgefährlich, haut sich da komplett rein und, ähm, trifft die Latte, also auch das wäre, ja, war knapp. Das kommt noch mit dazu, richtig, den Lattentreffer, den hab ich schon komplett vergessen, wenn ich ehrlich sein soll, aber jetzt, wo du's sagst, kommt der mir wieder in den Sinn, und, äh, einen Punkt geb ich an Wataru Endo, den fand ich auch richtig gut, ähm, ja, es gab ja mal zwischenzeitlich auch von uns, äh, die Anmerkung, dass das Spiel jetzt hier gegen Wolfsburg auch nicht sein Bestes sei, aber, ähm, ja, im Nachhinein muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich mir auch so ein paar Daten nochmal angeschaut habe, war das schon richtig ordentlich, was er da so gezeigt hat, und du siehst, auch ich, äh, ja, hab jetzt gar keinen gepunktet, der in der Offensive sich rumtreibt, äh, aber die taten sich auch alle schwer, also sei es González, Koulibaly, Didavi, ah, die konnten alle nicht so richtig glänzen, also insofern sind, glaube ich, die Punkte, oder unsere Punkte in der Defensive, diesmal schon ganz gut, äh, aufgehoben. Ja, ich hatte halt das Gefühl, dass vor allem die Defensive dazu beigetragen hat, dass der VfB bis zur 90. Minute hoffen konnte, ja, also das war einfach gut gespielt, und, ähm, ja, man ist vom VfB Action gewohnt, aber man kann auch gut verteidigen, das hat nicht zuletzt dieses Spiel gezeigt, weil, ja, so ein Freistoßtreffer ist immer mal drin, übrigens, das ist auch so eine Statistik, äh, die hatte ich so gar nicht auf der Pfanne, hab ich irgendwo gelesen heute, Wolfsburg hat sein drittes Freistoßtor in der Saison geschossen, und bislang haben alle anderen 17 Bundesligameinschaften zusammen zwei geschossen. Oh, also, okay. Wolfsburg hat da definitiv eine Stärke, ähm, die den meisten anderen, oder allen anderen Bundesligisten abgeht, von daher ist das vielleicht dann fast schon verschmerzbar, dass man durch ein Freistoßtor verloren hat. Gut, kommen wir zum nächsten Gegner, Sebastian, das wäre dann im DFB-Pokal, der SC Freiburg, der leider Gottes ausgerechnet jetzt wieder richtig Fahrt aufgenommen hat, seit fünf Spielen. Haben die jetzt in der englischen Woche eigentlich alle drei Spiele gewonnen? Darauf wollte ich genau zu sprechen kommen. Oh Gott. Insgesamt sind sie seit fünf Spielen ungeschlagen, haben, ähm, wie du schon richtig sagst, aus den letzten drei Partien neun Punkte geholt in der englischen Woche. Davor haben sie in zehn Spielen acht Punkte geholt. Also, die haben ihren Punktestand einfach mal mehr als verdoppelt in dieser englischen Woche. Richtig stark. Drei Siege, zwei Unentschieden. Das Spiel gegen die Hertha haben wir ja gestern so halbwegs wahrscheinlich noch mitverfolgt, kurz bevor wir auf Sendung gegangen sind. Vier zu eins. Einfach mal Hertha besiegt. Man muss sagen, es ist ein bisschen zu hoch ausgefallen. Hertha hatte durchaus die Möglichkeit, das Spiel zu drehen, hat dann ihre Chancen nicht genutzt. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass Freiburg in der ersten Halbzeit gut unterwegs war und vielleicht sogar mit zwei Null in die Halbzeit gehen muss. Also, unterm Strich geht der Sieg schon in Ordnung. Aus meiner Sicht ein Ticken zu hoch. Drei Eins hätte vielleicht gereicht. Oder von mir aus dann vier Zwei. Kannst du dir drehen, wie du willst. Auf Schalke, das würde ich jetzt auch nicht überbewerten, den Sieg. Streichergebnis, ja. Ja, da musst du eigentlich fast schon gewinnen. Beziehungsweise darfst du eigentlich nicht verlieren. So ist es richtig. Dann haben sie gegen Bielefeld gewonnen. Auch da muss man es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt höher hängen, als es ist. Bielefeld hat doch schon deutlich sichtbare Probleme in ihrer Bundesliga-Saison. Und davor gab es zwei Unentschieden. Einmal zu Hause gegen Gladbach. Da tun sich die Gladbacher immer schwer an Freiburg. Von daher waren das fast schon fest eingeplante Punkte für Freiburg. Und ein 1 zu 1 in Augsburg. Aber das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Freiburg hat jetzt kurz bevor dieses Spiel gegen den VfB stattfinden wird, wieder Fahrt aufgenommen. Und hat zur alten Stärke zurückgefunden, möchte ich mal sagen. Spielen sehr, sehr giftig. Sehr strukturiert. Zentrumslastiger Spielaufbau. Man versucht es auch mal mit langen Bällen. Man hat super Verlagerungen drin. Was die Angriffsbemühungen angeht, sind die da echt so ein bisschen variabel, dass du, selbst wenn du dein Zentrum schließen kannst, nicht genau weißt, ob es dann vielleicht irgendwie auf eine Seite verlagert und über Grifo kommen oder auf der anderen Seite mit Schalei Druck entwickeln. Wir haben das ja schon gesehen in Stuttgart, wie kompromisslos sie dann auch sind. Also das ist das, was mir eigentlich am meisten Sorge macht bei Freiburg. Ich gehe davon aus, dass wenn sie sich Chancen bieten, dass Freiburg da in der Lage ist, relativ kurz einen Prozess zu machen. Auch wenn die Chancenverwertung an und für sich jetzt nicht die beste ist. Also das ist so Mittelmaß Bundesliga, würde ich mal sagen. Ein bisschen unterm VfB. Ich glaube, Stuttgart ist auf Platz sieben in der Chancenverwertung und Freiburg auf acht oder sechs und sieben. Irgendwie so um den Dreh rum. Aber nichtsdestotrotz hast du bei Freiburg halt immer das Gefühl, wenn die ihre Chancen bekommen, dann machen sie die Dinger auch. Dazu haben sie Spieler, die einfach nur noch auf den Sack gehen. Also das meine ich anerkennen. Tatsächlich. Also gerade so ein Höhler, den ich auch nachher noch bei den Spielern, auf die man achten soll, dabei habe, der macht dich halt einfach fertig durch seine ganzen, es sind keine richtigen Schwalben, aber der macht halt immer sehr, sehr viel aus kleinen Berührungen. Furchtbar, ja. Ja, und das geht dir so auf den Sack. Und auf der anderen Seite teilt der auch immer gern aus und kommt relativ häufig ungeschoren davon. Und ich glaube, also als junger Spieler musst du dich da echt gut im Griff haben, dass du dem nicht eine batscht auf dem Platz. Und gefühlt spielt ganz Freiburg so. Also die haben echt, ja, einfach so Spielertypen drin, die gehen dir auf den Sack. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht irgendwie Niederreden oder so, sondern ich finde das ja gut, dass die solche Typen haben. Und das gehört einfach zum Spiel dazu. Das meine ich auch mit giftig. Also das ist ja nicht nur, dass du jetzt, was weiß ich, deine Gegner umrammelst, wenn die den Ball haben, sondern giftig ist halt dann auch mal, ja, ein bisschen den Gegner provozieren und sei es eben durch eine kleine Schwalbe oder so, das hat diese Mannschaft schon auch drauf. Ohne, dass es unfair wird oder so. Also das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Und ja, Freiburg kann auch sehr gut schnell und vertikal spielen, beziehungsweise, da habe ich jetzt was Falsches erzählt, das ist nämlich schon der erste Punkt, bei dem der VfB ins Spiel kommt. Sorry, da habe ich meine Notizen nicht richtig sortiert. Ich würde eigentlich sagen, dass Freiburg Probleme hat, wenn der Gegner schnell und vertikal spielt. So ist es richtig. Dann bekommt Freiburg, wie gesagt, Probleme. Also wir haben das gegen Dortmund mal angesprochen, die Steilpässe zwischen die Innenverteidigungen hindurch, also zwischen den Innenverteidigern hindurch. Da ist auch Freiburg anfällig. Und da könnte der VfB natürlich dann mit Präzision und Tempo doch zu Chancen kommen. Da gehe ich einfach mal davon aus, dass das dem VfB Stuttgart das ein oder andere Mal gelingen wird. Und hoffentlich nutzen sie dann diese Chancen. Sascha Kalajcic könnte interessant werden, was den Einsatz angeht, denn Freiburg hat durchaus Schwächen im Luftzweikampf, im Defensiven. Wir wissen aber auch, dass Freiburg gute Standards schießen kann. Nicht ganz so überzeugend wie in den Jahren zuvor. Aber der VfB hat sich halt durchaus als anfällig hervorgetan in der Hinrunde. Immer wieder Standard gegen Tore kassiert. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Tja, und was auch noch auffällig war, aber da weiß ich nicht so genau, ob das einfach nur ein Trend war in der Saison, ist, wenn Freiburg in Führung liegt, dann bekommen sie dadurch nicht unbedingt Sicherheit. Also du hast ja schon das Gefühl, bei so einer erfahrenen Mannschaft, das ist Freiburg auch, reicht es manchmal, wenn sie 1-0 in Führung gehen, aber vielleicht gar nicht so gut gespielt haben, um dann ihr Spiel eher dem Gegner aufdrücken zu können. Aber in der Saison hat das bislang noch nicht so gut geklappt. Hat man auch gegen Hertha gesehen. Erste Halbzeit geht ganz klar an Freiburg. Und dann kommt die Hertha in die zweite Halbzeit mit etwas mehr Schwung, sage ich mal, in die Partie. Und zack, gerät Freiburg ins Schwimmen. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein Ding, wo wir ansetzen müssen, dass wir wirklich gleich ab der ersten Minute Vollgas geben und möglichst einen Treffer erzielen. Und selbst sollte es den Freiburgern gelingen, in Führung zu gehen, nicht aufgeben. Aber das haben wir ja vorhin schon thematisiert. Der VfB macht immer weiter. Und das könnte dann vielleicht auch dazu führen, dass Stuttgart selbst aus schwierigen Lagen, wenn es dazu kommen sollte im Spiel, dass man zurückliegt, zurückkommen kann und den Gegner unter Druck setzen kann beziehungsweise dann auch treffen kann. Ja, also, das ist das, was ich so in der Kürze über Freiburg in Erfahrung bringen konnte. Muss ich auch ehrlich gestehen, ich habe mir das Spiel gegen die Hertha nicht komplett anschauen können. Sonst hätte ich noch ein bisschen mehr erzählen können. Auch das ist ja sonst anders bei uns. Aber ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit darüber jammern, was wir für Terminprobleme haben. Hast du noch was zu Freiburg zu ergänzen? Nee, also nur noch mal wiederholen, dass es jetzt der falsche Gegner zur falschen Zeit ist, weil sie war eine lange Zeit wirklich da so ein bisschen am Strugglen in der Liga und eher unten angesiedelt. Und jetzt gewinnen sie dreimal in Folge, haben jetzt auch so Reiten auf so einer Erfolgswelle. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es am Mittwoch ein relativ spektakuläres Spiel gibt. Also Freiburg jetzt vier gegen Berlin, zwei gegen Schalke, zwei gegen Bielefeld, zwei gegen Gladbach, eins gegen Augsburg geschossen. Der VfB auch eher so ein bisschen offensivlastig. VfB hat ein Heimspiel, wenn auch ohne Fans. Freiburg kommt auf der Erfolgswelle dahergeritten. Beide wollen ins Viertelfinale. Ich kann mir vorstellen, dass es da ziemlich hoch hergeht. Also auch im Hinblick auf den ersten Spieltag, auf das 2 zu 3 vom VfB gegen Freiburg, wo der VfB schon 0 zu 2 hinten lag, das 0 zu 3 in der Luft lag und auch nach dem Anschlusstreffer noch weitere Freiburg-Treffer in der Luft lagen. Also das war ja schon ein ziemliches Spektakel. Und wenn es am Mittwoch wieder genauso hoch hergeht, habe ich echt nichts dagegen. Ja, also ich rechne mit einem Spiel vergleichbar mit der Partie gegen Union. Also einfach ein unangenehmer Gegner, der vor allem durch Standards gefährlich ist und dann aber auch aus dem Spiel heraus durchaus in der Lage ist, für Gefahr zu sorgen. Und da ist es halt wirklich wichtig, komplett 90 Minuten lang konzentriert zu sein. Und ich hoffe einfach mal, dass jetzt die zwei Tage Pause dazu reichen, um wieder frisch im Kopf zu werden, weil darauf wird es ankommen. Also ich glaube wirklich, konditionell müsste eigentlich so eine junge Mannschaft in der Lage sein, alle drei, vier Tage zu spielen. Aber du hast es ja richtigerweise schon gesagt, im Kopf ist es dann vielleicht eine andere Nummer. Also das wird eine schwere Aufgabe für den VfB. Das denke ich schon, aber keine unlösbare. Kommen wir noch auf die Spieler zu sprechen, auf die man achten sollte. Vincenzo Grifo habe ich natürlich hier mit dabei, der meiner Meinung nach seine vermutlich stärkste Bundesliga-Saison spielt. Wirklich richtig abliefert, schon sechs Tore erzielt hat, vier vorbereitet, zehn Scorer-Punkte nach 13 Spieltagen. Das schaffte in Freiburg, Achtung, nur Rodolfo Esteban Cardoso in der Saison 94-95. Und der hat sogar 15 Scorer-Punkte nach 13 Spieltagen gehabt. Und ich weiß nicht, ob du die Notizen gerade geöffnet hast. Wenn nicht, dann stelle ich dir jetzt die Frage, weißt du... Ich habe die Notizen natürlich jederzeit geöffnet. Das ist schlecht. Aber dann kann ich die Hörer... Aber ich habe den Punkt Grifo noch nicht ausgeklappt. Das ist gut, lass ihn zu. Dann kommt jetzt die Frage, wer war denn der zweite Freiburger, der nach 13 Spieltagen zehn oder mehr Scorer-Punkte sammeln konnte? Es gab nur zwei, also Cardoso und eben den, den ich jetzt abfrage. Ach, du, keine Ahnung. Alain Souta. Nein, Papis Demba-Sissé. Kannst du dich an den noch erinnern? Ja, der ist doch für 100 Millionen nach England gewechselt oder so. Also für 15, glaube ich, aber ja. Ja, für unheimlich viel Geld damals jedenfalls, ja. Das stimmt. Der hat elf Scorer-Punkte gesammelt nach 13 Spieltagen. Also das ist schon eine Leistung, die Vincenzo Grifo hier geleistet hat. Vor allem... Genau, und Grifo, irgendwie Pforzheims Fein ist. Der ist echt so ein Pforzheim-Assi. Also nichts gegen ihn, aber das verhehlt er ja auch nicht, dass er von dort kommt. Ja, und ich fand vor allem seine Auftritte in SWR Sport fast schon sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut, absolut. Er wirkt halt sehr bodenständig, auch wenn er mit seinen Kumpels da sitzt und einfach so im Endeffekt genauso einen Stuss erzählt, wie wenn wir mit irgendwelchen Kumpels in der Kreisliga uns treffen oder so. Genau, oder Fanradio aufnehmen. Ja, ja, dann auf alle Fälle, ja. Dann kommt die Stuss dabei raus, das stimmt schon. Nein, also Grifo ist absolut in der Form seines Lebens. Starke Standards, das kennt man ja von ihm. Spielt hervorragende Pässe, ist der Mann für die entscheidenden Pässe. Spielt so viele Schlüsselpässe, die immer wieder Chancen eröffnen. Und das muss man, das wollte ich gerade eben noch sagen, das muss man halt auch noch berücksichtigen. Freiburg hat echt einen schlechten Saisonstart hingelegt, ja. Ich habe ja gerade eben gesagt, aus den ersten zehn Spielen acht Punkte. Und wenn du dir überlegst, dass sie gegen den VfB dann gleich mal drei geholt haben, dann kann man auch sagen, aus den, also wenn man das erste Spiel rausrechnet, aus neun Spielen haben sie dann halt eben nur fünf Punkte geholt. Das ist natürlich für Freiburger Verhältnisse fast schon ein Witz, weil sie haben ja wirklich eine gute Mannschaft. Und trotzdem sticht der Grifo da so raus. Also man möchte ja gar nicht sich ausmalen, was wird eigentlich, wenn jetzt Freiburg, also die komplette Mannschaft endlich Fahrt aufnimmt. Wo soll das noch hinführen? So, Grifo noch. Schwer vom Ball zu trennen. Und wo wir auch aufpassen müssen, sind diese Laufwege von ihm. Also er zieht gerne mal von außen nach innen und öffnet so Räume, das ermöglicht dann natürlich zum einen einen Pass in die Tiefe oder er stießt auch gerne mal selbst ab. Ist ein Rechtsfuß und hat, glaube ich, bislang auch nur einmal mit links ein Tor erzielt. Das heißt, wir müssen vor allem aufpassen, wenn er dann mit rechts ausholt, sage ich jetzt mal so. Aber ich denke mal, da werden die Spieler schon ordentlich geprieft werden von Matarazzo im Vorfeld. Der zweite Kandidat ist Lukas Höhler. Den haben wir gerade eben ja schon so ein bisschen thematisiert. Der nervt halt einfach seine Gegner, hat eine unangenehme Spielweise. Immer wieder kleine, nickliche Fouls. Auf der anderen Seite macht er immer sehr, sehr viel aus fast nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Und er macht es gut. Er macht es wirklich gut. Also es ist kein, wie heißt er, 222 Millionen Mann Neymar. Es ist halt kein Neymar, der sich da 15 Mal auf dem Platz rumwälzt oder so, sondern der fällt geschickt, möchte ich mal so sagen. Das macht er einfach gut. Ja genau, für mich ist das so Kategorie eher so Marcel Heller, Sandro Wagner so ungefähr. Also wenn der beim Gegner ist, dann findest du es ganz furchtbar. Und du wünschst dir aber so insgeheim, dass du in deiner Mannschaft auch so einen hättest. Ja, vielleicht mit einer anderen Frisur, aber prinzipiell von der Art und Weise, wie er spielt. Absolut, ja. Also da gebe ich dir schon recht. Ist nicht ganz so torgefährlich wie 1920, aber trotzdem enorm wichtig für Freiburgs Offensivbemühungen. Hat auch dazu noch eine gute Rückwärtsbewegung. Das heißt, er hilft dann oft auch mal in Sachen Konterabsicherung. Das beginnt ja dann schon mit der ersten Reihe. Auch da stresst er dich halt sofort und gewinnt dann auch viele Zweikämpfe. Und verhindert, wie gesagt, somit Umschaltmomente für den Gegner. Hat auch ein gutes Passspiel, aber das haben fast alle Freiburger. Also Lukas Höller ist schon, ja, ist schon ein guter Mann, muss man ganz ehrlich sagen. Aber jetzt gegen Berlin, nicht in der Startelf, weil ich glaube, Demirovic hat sein Startelf-Debüt tatsächlich gegeben in der Bundesliga. Und ja, Lukas Höller, kam erst in der 60. Minute dann für ihn rein. Ja, wobei ich Demirovic eher als Nils-Petersen-Ersatz einordnen würde. Eher schon, aber trotzdem war Höller auf der Bank erst mal. Ja, 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 das ist richtig. Also ich glaube, die haben auch alle wenig Probleme damit. Also das ist wahrscheinlich ähnlich wie beim VfB Stuttgart. Da macht man sich ja auch keine großen Gedanken, ob jetzt Zongi von Beginn an spielt oder Matteo Klimowitz. Und das kann man so ein bisschen vergleichen. Alle ordnen sich dem Erfolg sozusagen unter. Und es funktioniert ja auch. Also Christian Streich hat ja oft auch schon ein gutes Händchen bewiesen. Nicht ohne Grund ist Nils-Petersen der Joker, der beste Joker der Bundesliga ever. Und ja, auch Lukas Höller. Es hat einfach so einen Spieler, wenn der reinkommt, weißt du, oh shit, man, jetzt kommt auch noch der Höller. Und genau diesen Effekt, ja, das ist ja cool, dass du das bringen kannst und trotzdem Qualität davor schon auf dem Platz hast. Und wir haben ja auch in der Vorschau zum ersten Saisonspiel damals über einige andere Spieler noch gesprochen. Also wenn ihr da noch gerade zu Demirovic was erfahren wollt, dann hört euch einfach kurz die Vorbesprechung zum ersten Saisonspiel gegen Freiburg an. Da haben wir gerade Demirovic noch mal ausführlich besprochen und weitere Kandidaten, ja, kommen jetzt nicht drauf, wen wir alles besprochen haben, aber ihr könnt reinhören. Es sind so 15 Minuten und definitiv waren da noch andere Namen dabei. Der Letzte, den ich hier mit reinholen möchte, ist Baptiste Santamaria, der im Sommer aus Frankreich nach Freiburg wechselte. Das ist, glaube ich, auch der Freiburger Rekordtransfer. Und ich habe damals auf Twitter geschrieben, dass der eigentlich fast zu gut ist für eine Mannschaft wie Freiburg. Ich meine das auch hier nicht despektierlich, sondern das ist halt ein hochveranlagter Spieler. der mit unheimlich viel Talent daherkommt und auch jetzt schon das unter Beweis gestellt hat. Also er hat jetzt nicht nur brilliert in seiner Zeit in Freiburg, hat auch mal Probleme gehabt, keine Frage. Liegt bestimmt auch daran, dass du auf so einer wichtigen Position spielst als Sechser und die Sprache noch nicht perfekt beherrscht und einfach dieses System, was Streich spielen lässt, auch schon komplex ist. Also Christian Streich hat mal in einem Interview gesagt, wenn ich neue Spieler bekomme, brauchen die ein Jahr, bis sie das System verinnerlicht haben. Und dafür macht es Santa Maria schon außerordentlich gut und ich bin mir auch relativ sicher, dass der seinen Weg machen wird, ob das jetzt noch mal über eine Bundesligastation laufen wird oder dann relativ schnell dann Richtung Premier League oder La Liga geht, kann ich nicht einschätzen. Aber es ist auf jeden Fall ein Mann, der nicht sein Karriereende in Freiburg verbringen wird. Also ich gehe schon davon aus, dass der noch mal mindestens einen Step machen kann. Der fängt enorm viele Bälle im Zentrum ab, guter Luftzweikämpfer, super gute Spieleröffnung, deshalb auch gutes Passspiel, sehr laufstark. Also das ist schon einfach eine Nummer, die sich Freiburg da geangelt hat. Da kann man nur den Hut ziehen, das ist echt ein außerordentlich guter Spieler. Und ich freue mich auch ein bisschen, den jetzt dann mal in Stuttgart spielen zu sehen, weil ich meine, er wurde zwei Tage vor dem Stuttgart-Spiel, also vor dem Bundesligaspiel, verpflichtet. Und da bin ich dann schon auch so ein kleiner Feinschmecker und sehe mir dann diese Spieler auch gegen den VfB gerne an. Obwohl ich natürlich weiß, dass es dem VfB eher schadet, wenn solche Leute auf dem Platz stehen. Aber es ist halt, ich glaube auch für die Jungs, die für den VfB spielen, cool gegen die bestmögliche Mannschaft dann auflaufen zu dürfen. Also du möchtest ja gegen solche Spieler dich beweisen. Und das wird interessant, Santa Maria gegen Castro oder gegen Didavi oder natürlich dann gegen den vorrückenden Mangala oder Endo mal zu sehen. Also da gibt es dann schon auch nochmal einfach ein Duell, ein richtiges Qualitätsduell, möchte ich fast schon sagen. Wen ich auch noch erwähnen möchte, den habe ich jetzt nicht ausführlich hier dabei, aber ich muss ihn erwähnen, das ist Manuel Gulde, der vor allem jetzt gegen die Hertha ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht hat. Ist da als linker Halbverteidiger aufgelaufen und nicht nur aufgrund seines Treffers hat er da eine gute Partie gemacht, auch sonst war das für mich ein herausragender Spieler, gewinnt viele Zweikämpfe, gute Spieleröffnung. Also Manuel Gulde ist auch ein Mann, den es vielleicht mal näher zu beobachten gilt am kommenden Mittwoch. Gut, dann hoffe ich mal, dass ich dieses Segment doch noch halbwegs vernünftig hier zu Ende gebracht habe, Sebastian, und ich komme zum Startelf-Tipp. Oh ja, das wird schwierig, genau. Also ich wollte noch kurz nachschießen, dass ich mich vor allen Dingen auf die Duelle auf den Flügeln freue, weil da sind ja mit Günther und Schmid wirklich zwei starke Freiburger und wenn die dann gegen Silas und vermutlich Sosa spielen, also ich glaube, das könnte schon echt so ein Knackpunkt sein, als wer da das Duell gewinnt, der könnte auch die Nase dann insgesamt vorne haben. Herr Schmid hat mir zuletzt nicht mehr ganz so gefallen, muss ich sagen. Günther sowieso ist für mich, das ist für mich unglaublich, dass der immer noch in Freiburg spielt. Wahnsinn, ne? Klar wechselt der jetzt nicht kurz vor Transferschluss, im Oktober war es ja damals, noch den Verein, aber dass der jetzt nicht mal irgendwann, ich weiß nicht, in Wolfsburg. Das wäre so ein Klassiker, der zu Schalke oder, also zu Schalke letzte Saison, nicht in dieser Saison, aber Schalke oder vielleicht sogar Leverkusen oder irgendwie. Leverkusen, ja, Leverkusen ist echt, ey, Leverkusen ist eigentlich der Move schlechthin, weil genau da haben sie Probleme. Wenn du die Leverkusener Aufstellung dir anschaust, sind die Flügel, die Defensiven einfach schlecht besetzt, da wäre genau der Mann der Richtige. Genau, Günther hinter Diaby oder so. Da rufen wir den Völlermann und pitchen die Idee. Ja, also da gebe ich dir recht, die Flügel-Duelle werden auch interessant, sowieso immer wichtig für den VfB, dass sie da Tiefe generieren können. Das wird schwer, also ich freue mich drauf. Ja, weil Silas gegen Union Berlin völlig draußen, gegen Wolfsburg offensiv, ja, aber okay, defensiv schwierig, also da bin ich echt mal gespannt, wie sich das dann gegen Freiburg dann zum Jahresausklang nochmal präsentiert, das Ganze. Ja, wir werden es mitverfolgen. Am Mittwoch geht's los, um 20.30 Uhr bei uns auf, jetzt hoffe ich, dass ich mir den Link richtig gemerkt habe, vfbfanradio.de. So ist das, ja? Stimmt, ja. Ab live, ja, natürlich, 20.30 Uhr geht's los und das Spiel wird natürlich nicht, wie fälschlicherweise von uns am Sonntag erzählt, im ZDF übertragen, sondern in der ARD. Ja. Okay. Also, da den richtigen Sender einschalten. So, jetzt aber wirklich zum Startelf-Tipp und da löse ich auf, Sebastian, wir haben beide gegen Wolfsburg neun von elf Spielern richtig vorausgesagt, also keine Änderung bei uns in den Tagessiegen und richtig getippten Spielern, wir gehen weiter im Gleichschritt. Und das ist schon gemein, wir haben beide, glaube ich, die Davi in die Startelf reingetippt, was auch richtig war, aber dass er dann Castro draußen lässt, damit kann ja auch niemand rechnen eigentlich. Ja, ich hab, also ich war schon überrascht, dass Castro draußen war, da gebe ich dir schon recht. Also, damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass Kaleitsch seine Startelf-Chance bekommt. Ja, absolut. Hat er nicht bekommen, hat er nicht bekommen. Gut, dann bin ich mal gespannt, wen du jetzt aufstellst. Also, hinten, obwohl, da haben wir auch gleich wieder eine Frage, Stenzel oder Mafropano? Ja. Ah, ja. Kobel ist klar. Genau, das wollte ich dich noch fragen. Hat eigentlich der VfB gegen Wolfsburg mit einer Dreier- oder mit einer Viererkette gespielt? Ja, situativ, wie immer. Ja, aber es war keine echte Viererkette, oder? Dass man sagt, irgendwie Stenzel ist rechter Außenverteidiger, Sosa ist linker Außenverteidiger. Es war schon wieder diese, wie sagt Materazzo, die gekappte Viererkette, oder? Ja, also, ich verstehe auch das nicht, warum der ein oder andere Berichterstatter sich da immer so dran aufgeilt, an irgendwelche Schemata, die man dann unbedingt darstellen möchte. Also, das trifft halt bei fast keiner Mannschaft mehr zu, dass es wirklich ein festes Schema gibt auf dem Platz. Das sind die wenigsten Mannschaften, die mit ganz klaren Strukturen spielen. Natürlich gibt es welche, die spielen mit klarer Viererkette, aber zum Beispiel diese Dreierketten, die du siehst in der Bundesliga, sind eigentlich immer situative Dreierketten. Je nachdem, ob man in Ballbesitz ist oder nicht, verändert sich da halt einfach nochmal was. Beim VfB funktioniert das ja richtig gut, weil man sozusagen auf mehreren Ebenen nachrücken kann. Links ist es natürlich am offensichtlichsten, dass dann Borna Sosa hinten mit reinrückt und aus der Dreierkette eine Viererkette macht. Ein Endo kann sich nach hinten fallen lassen, kann aus einer Dreierkette eine Viererkette machen, aber auch aus einer Viererkette eine Fünferkette. Und wenn es wirklich dann mal hart auf hart kommt, lässt sich auf der rechten Seite auch noch ein Silas als Rechtsverteidiger zurückfallen. Und dann hast du hinten einen kompletten Riegel. Also das ist schon geil, weil normalerweise, du sagst es halt, spielst halt ja eine Dreier-Schrägstrich-Fünferkette, also Dreier bei Ballbesitz, Fünfer bei gegnerischem Ballbesitz. Und beim VfB ist es ja wirklich so, du spielst eine Dreierkette bei Ballbesitz, eine Viererkette bei gegnerischem Ballbesitz, die dann auch zu einer Fünfer- oder Sechserkette werden kann. Also das ist schon sehr dynamisch halt. Und das ist, glaube ich, auch mehr taktische Innovation beim VfB, als wir in den letzten fünf bis zehn Jahren vermutlich gesehen haben. Ja, und damals hat man uns immer erzählt, die Spieler werden überfordert mit den taktischen Anweisungen der Trainer. Das ist richtig. Man weiß es nicht, ob es nur an den Spielern lag oder nicht an den Trainern. Also lassen wir mal dahingestellt. Ja, also jetzt aber zum Aufstellungstipp. Also Kobel steht für uns beide, denke ich mal, im Kasten. Da ist relativ, ja, ist relativ klar, was da passiert. Ja, und ich nehme auch die Dreierkette aus dem Wolfsburg-Spiel so mit, weil ich erstens finde, dass die Dreier einen sehr guten Job gemacht haben und ich dann auch, klar, der Psychofaktor Pascal Stenzel spielt gegen seinen alten Klub. Ja, den habe ich jetzt rausgerechnet, weil ich spiele mit Mafropanus hinten. Okay, nee, mache ich nicht. Nee, nee, Stenzel, Stenzel. Ich bin davon ausgegangen, dass das wirklich nur so eine Vorsichtsmaßnahme war, dass der Mafropanus nicht zu viele Spiele in kürzer Zeit absolvieren muss, weil er eben dann doch schon gravierende Verletzungen hinter sich hatte und habe das Ganze einfach so als Schutzmaßnahme verstanden. Aber mit Stenzel wäre mir jetzt auch nicht irgendwie bang. Also das ist schon okay. Doppelsex, Mangala Endo dürfte bei uns gleich sein. Ja, also ohne Endo und Mangala geht es natürlich gar nicht. Also die müssen auch das letzte Spiel im Jahr 2020 nochmal ihre volle Power entfalten. Aber die zwei brauchen wir wieder, bei mir auch. Ja, also die beiden sind auch gesetzt und jetzt wird es interessant. Also wie siehst du es denn dann im Zentrum weiter vorne auf den Achterpositionen? Wer spielt da bei dir? Ich gehe diesmal mit Castro und Didavi. Das gibt es ja gar nicht. Ich auch. Ich habe lange überlegt, ob ich da das Experiment in Anführungsstrichen Klimowitz wagen soll, weil er wirklich gut gespielt hat, als er dann eingewechselt wurde. Aber ich glaube auch, dass man hier dann nochmal auf etwas mehr Erfahrung setzen wird, um dann vielleicht auch dem gut sortierten Mittelfeld der Freiburger einfach dann vielleicht auch noch einen Ticken mehr Härte entgegenzusetzen. Auch das könnte ich mir vorstellen. Und klar, Didavi ist jetzt nicht dafür bekannt, besonders hart zu spielen, aber immerhin läuft er mit viel Elan den Gegner an, hat dann aber das Problem, dass er mehr oder weniger nichts so richtig daraus macht. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Förster, ja. Ich meine, vermisst hat den jetzt auch keiner direkt. Nein, 20, 2021 wird sein Jahr, glaube ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Nur nicht beim VfB. Dann die Außen. Also ich habe Sosa Silas. Wie siehst du es? Ja, natürlich. Also, wie gesagt, nachdem Borna Sosa unseren Einspieler so schön eingesprochen hat, ist er natürlich gesetzt. Und ja, Silas ist für mich auch, wenn er fit ist, startet er bei mir. Und da muss man mal gucken, wie gut er sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzen kann und ihn dann vielleicht auswechseln, wenn das nicht so richtig klappt. Aber für mich auch klarer Startelfkandidat. Leider habe ich mir den Link nicht kopiert, aber ich habe heute auf YouTube ein Silas-Video gesehen, das irgendein Kanadier zusammengestellt hat mit seinen besten Moves. Und da war ich genauso geflasht, wie als ich die zum ersten Mal gesehen habe. Also gerade einige Aktionen aus der Zweitligasaison, die man irgendwie schon wieder vergessen hat, also nicht die komplette Saison, sondern die Skills, die er da gezeigt hat. Da dachte ich manchmal, ey, das ist ein Spieler vom VfB. Ich kann es gar nicht glauben. Also es ist echt cool. Aber bei diesen YouTube-Videos bin ich seit dem Highlight-Reel von Ebenezer Euphori skeptisch. Ja gut, aber Silas bestätigt es ja fast jede Woche. Ja, wir sehen es ja jede Woche. Und es gab auch, ich weiß gar nicht, ist das Video dann im Zusammenhang mit diesem Twitter-Thread, den es da irgendwie gab von irgendjemandem, dass Silas irgendwie der neue heiße europäische Scheiß ist. Also das ging heute irgendwie durch Twitter. Ich habe es irgendwie, glaube ich, ich habe es, glaube ich, gere-tweetet. Ich müsste es mal raussuchen. Ja, ich habe es auch gesehen, aber damit hat es nichts zu tun gehabt. Okay, okay. Aber auf jeden Fall ist es ein Spieler, der wirklich auch außerhalb von Stuttgart oder auch sogar außerhalb Deutschlands Interesse erweckt. Ja, zu Recht. Also die Skills, die er so hat auf dem Platz, sind schon beeindruckend. Jetzt muss er nur noch einen Weg finden, wie er das möglichst effizient alles einsetzt. Wobei, eigentlich möchtest du so einen Spieler gar nicht effizient haben, sondern du möchtest den eigentlich weiterhin so unglaublich unausrechenbar auf dem Platz sehen. Das macht ihn ja eigentlich dann auch aus. Also dass er Dinge macht, mit denen du nicht rechnest und der Gegner schon dreimal nicht, das ist ja das Geile bei Silas. Und ja, dann kann ich auch Silas verzeihen, wenn er vielleicht so eine große Chance wie in der ersten Halbzeit gegen Wolfsburg nicht macht und dafür dann irgendwie ein anderes Grundstück auspackt und mehr oder weniger aus dem Nichts eine Chance kreiert. Also alles gut mit Silas. Jetzt noch die große Frage, Sebastian, wer steht bei dir vorne im Sturm? Ganz für alles. Ja, auch da gehe ich mit. Und wenn ich das richtig sehe, kommt es jetzt drauf an, spielt Stenzel oder Mafropanus. Ansonsten haben wir die exakt identische Aufstellung gewählt. Naja, das könnte vielleicht tatsächlich wieder ein Elf von Elf für einen von uns beiden werden. Mal gucken, wie richtig oder falsch wir dann am Ende lagen und liegen. Kommen wir zu U21. Da müssen wir natürlich wieder vorweg schicken, wir können die Spiele, warum auch immer, nicht mitverfolgen, denn VfB TV bietet einfach keine Möglichkeit, wie VfB TV Abonnenten sich die Spiele der eigenen Jugend anschauen können. Das ist natürlich auch fast schon ein Skandal, muss man sagen, dass das 2020 immer noch nicht möglich ist. Aber wir können vermelden, dass der VfB Stuttgart den TSV Schott Mainz mit 8 zu 1 nach Hause geschickt hat. 3 zu 0 stand schon zur Halbzeit. Man muss vielleicht ein bisschen relativieren. Mainz ist ein Aufsteiger, auch direkt wieder ein Abstiegskandidat gewesen, hatte zuletzt viele hohe Niederlagen zu verzeichnen. Ich möchte damit den Sieg nicht kleinreden, aber wenn man das berücksichtigt und dazu noch nimmt, dass mit Karasor, Ahamada, Ekloff und auch Sanko zwei absolute Top-Talente, also Ekloff und Sanko auf dem Platz standen, Ahamada und Karasor zwei richtig gute Mittelfeldspieler. Ahamada gehört natürlich auch zu den Top-Talenten. Aber was ich damit sagen will, der VfB hat da schon wirklich viel Qualität auf dem Platz gehabt. Und deswegen sage ich jetzt mal, das war ein sehr hoher Sieg, sehr überzeugender Sieg, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der VfB damit zum Aufstiegsfavoriten erklärt wird von irgendjemandem. Also das war ein sehr, sehr guter Tag der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Ja genau, also der TSV Schott Mainz ist auf Platz 21 von 22 Tabellenplätzen. Also Eintracht statt Allendorf ist nochmal fünf Punkte schlechter und ja, aber Schott Mainz hat ein Torverhältnis nach 13 Spieltagen von 19 zu 38. Das heißt, sie bekommen im Schnitt drei Gegentore pro Spiel und da sind acht dann natürlich schon Ausreißer nach oben, also für den Gegner gesehen und nach unten für Schott Mainz gesehen. Aber es war ja ein Gala-Auftritt vom VfB. Nach wie vielen Spieltagen haben sie 38 Gegentore? 13, die haben erst 13 Spiele. Oh, die haben mehr Gegentore gefangen als Schalke. Ja. Schalke hat nur 36 Gegentore. Also, damit wir das so ein bisschen einkategorisieren können, da war das ganz hilfreich, dass wir das hier haben. Genau, und Schott Mainz hat auch tatsächlich die schlechteste Abwehr der Welt. Der Regionalliga Südwest. Na, der Balinger SC hat auch schon 38 Gegentore, sehe ich gerade. Aber nur, weil die ganz ohne Abwehr gehen. Also, Eintracht, Schott-Allendorf hat erst 32 Gegentore. Ja. Ja, also wie gesagt, das war mit Sicherheit cool für alle, die dabei waren und sich das angucken konnten. Das waren nicht allzu viele. Es wäre natürlich noch cooler, wenn es gerade in Corona-Zeiten die Möglichkeit gäbe, für Fans irgendwie diese Spiele der zweiten Mannschaft mitzuverfolgen. Und mittlerweile, ich glaube, ich würde es sogar mit einem iPhone abgefilmt mir angucken. Auch, weil ich die Jungs sehen möchte. Gerade ein Ahamada, ein Eglow, auch ein Sokrafakis, das sind Spieler, die möchte ich einfach spielen sehen. Du musst dir mal vorstellen, der Sturm, den Frank Fahrenhorst aufgeboten hat, Eglow, Sokrafakis und Sanko, haben einfach mal sieben Tore in diesem Spiel erzielt. Also, das will ich halt sehen, diese Jungs. Und das sind alles Talente. Natürlich, Sokrafakis sagen bestimmt viele, ja, das wird vielleicht mal ein guter Drittliga-Spieler, aber das ist niemand für die Bundesliga. Warum nicht? Warum soll er sich nicht noch weiterentwickeln? Also, immer wenn ich ihn gesehen habe, hat er alle Assets mitgebracht, die eigentlich schon Mut machen. Also, Tempo, Durchsetzungsvermögen, gute Technik, abschlussstark. Also, warum soll der nicht tatsächlich mal ein Kandidat werden für die erste Mannschaft? Den haben wir aus Berlin damals geholt, ich glaube, vor zwei, drei Jahren. Und der entwickelt sich richtig gut. Der trifft regelmäßig und, wie gesagt, sein Tempo hat mich eigentlich immer überzeugt in seinen Auftritten, die ich von ihm sehen konnte. Und Mo Sanko, ja natürlich, dem müssen wir natürlich einen Thron bauen. Der schießt vier Tore und bereitet noch eins vor. Holy shit, also, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Da freue ich mich einfach, dass wir erneut einen richtig talentierten Jung da in der U21 jetzt haben. Er wurde ja jetzt auch hochgezogen zu U21. Die U19 kann nicht spielen. Also, es macht mit Sicherheit dann auch mehr Sinn, für ihn regelmäßig zu spielen. Und man hat ja, glaube ich, schon auch in den U19-Spielen bemerkt, dass das kein normaler 17-Jähriger ist, sondern ein sehr, sehr talentierter 17-Jähriger. Und das stellt dann natürlich jetzt auch mit diesem Spiel unter Beweis vier Tore, eine Vorlage. Das ist schon gigantisch. Also, bei FIFA würde ich jetzt eine Schwierigkeitsstufe nach oben stellen nach dieser Partie. Ja, genau. Man darf ja nicht vergessen, das grenzt ja jetzt fast schon an Wettbewerbserzerrung, dass Mo Sanko spielt. Aber es ist nicht so, dass man irgendwie einen Spieler aus der ersten Mannschaft in der zweiten spielen lässt. Nee, man zieht einen von der U19 hoch in die U21, weil Mo Sanko ist 17, glaube ich. Und er spielt jetzt U21 und schießt auch da alles zusammen. Und ja, er kam ja zum VfB, konnte dann wirklich lange Wochen nicht spielen aufgrund von irgendwelchen bürokratischen, äh, weiß ich nicht, Malessen. Da gab es keine Spielerlaubnis. Dann hat er ein- oder zweimal für die U19 gespielt und das richtig gut. Und ja, jetzt spielt er U21 und schießt da gleich mal vier Tore. Gut gegen den Tabellenletzten. Aber ja, wenn man das sieht, also, ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt und man sieht da ja, ich glaube, mit einer GoPro gefilmt aus irgendwie 30 Metern Höhe, kann man, wenn man die Augen zusammenkneift, erkennen, wie er seine Tore schießt. Und ja, das ist schon, das ist schon gut, ne. Und ja, und ich freue mich auch tatsächlich drauf zu sehen, ob wir im Jahr 2021 dann in der ersten Mannschaft nochmal Namen sehen im Kader wie Mo Sanko oder Ahamada oder auch Cissé, der am ersten Spiel da gegen Freiburg mal auf dem Platz stand und seitdem nie wieder. Ja, auch mit Verletzung zu tun hatte. Natürlich verletzungsbedingt, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass Materazzo ihn irgendwie dann ignoriert hat, aber da gibt es noch ein paar Spieler, auf die wir uns freuen können. Ja, die wahrscheinlich jetzt auf dem Leistungsstand sind wie ein Tongi Kulibadi von einem Jahr, also im besten Fall, und uns dann in der kommenden Saison begeistern. Und ich bin mir auch sicher bei Sanko, wenn er die Leistung, die er jetzt nicht nur in diesem Spiel gezeigt hat, erinnere dich an das Spiel gegen die Bayern U19. Das war ja auch, ja, da hat man halt einfach gemerkt, dass der, der ist schon ziemlich weit für, damals war er, glaube ich, sogar noch 16. Bin mir nicht mehr ganz sicher, war er da nicht noch 16? Egal, ob der jetzt 16 ist oder 17, sei mal dahingestellt. Also wir reden vom Bayern-Spiel, wurscht. Aber da hast du schon gemerkt, das ist ein besonderer Spieler. Und ich hoffe jetzt einfach mal und wünsche es mir auch irgendwie, dass das so eine richtig heiße Nummer wird mit Sanko. Aber wir müssen ruhig bleiben hier in Stuttgart. Bei Eckloff ist man ja auch schon ein bisschen enttäuscht, dass er jetzt... Na! Naja, also ich bin ganz ehrlich, also ich bin davon ausgegangen, dass Eckloff regelmäßig zum Kader gehören wird in der Bundesliga. Also da, also natürlich wusste ich nicht, dass er sich schwer verletzt in der Vorbereitung. Aber ich dachte so, ja, der Eckloff, der hat eigentlich wirklich gute Leistungen gezeigt, wenn er eingewechselt wurde. Ähm, und ich fand auch die Testspiele, die man gesehen hat im Fernsehen, wenn Eckloff gespielt hat, das sah immer ordentlich aus. Und ich meine, Sveil Missentat hat auch mal gesagt, ähm, hätte sich Eckloff in der Vorbereitung nicht verletzt, wäre er definitiv ein Kandidat, sogar für die Startelf gewesen. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, aber dass er jetzt, ja, noch nicht so regelmäßig zum Einsatz kommt, liegt natürlich in erster Linie auch an ihm selber. Aber so als Fan, ja, als VfB-Fan wünscht man sich halt so eine Geschichte, dass der Eckloff ähnlich wie, ähm, ähm, ja, äh, wie heißt der Kollege von Leverkusen? Ähm, wird's, genau, dass der da mal reingeschickt wird und alle denken sich, holy shit, wo kommt denn der 17-Jährige plötzlich her? Äh, sowas wünscht man sich halt schon auch ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, aber ich glaube, das ist eigentlich echt, echt, echt so eine Cinderella-Story, ne? Und normalerweise ist der Weg halt nicht ganz so straight. Und dann gibt's da mal Rückschläge und, ach, dann kommen die, die, die jungen Leute halt hoch in die Profimannschaft und merken, uh, ganz so einfach ist es dann vielleicht doch nicht mehr. Und, äh, ja, und dann hat er dann vielleicht auch nochmal tatsächlich jemand, der mit viel Willen aus der 2. Liga kommt, wie eine Philipp Förster, halt irgendwie die Nase vorn. Also, ich glaub, das, nee, das ist schwieriger als gedacht. Und da ist es mir dann auch wirklich lieber, man geht die ganze Sache langsam an, als irgendwelche, ähm, Shootingstars erzwingen zu wollen, die dann halt irgendwie ein paar Mal in der Startelf spielen. Und dann hört man nie wieder von ihnen. Also, ja, ich glaub, der Weg ist echt steinig. Aber, ja, es gibt ja echt jetzt so ein paar in der U21, von denen man denkt, okay, äh, in der Rückrunde oder spätestens in der neuen Saison, ähm, sehen wir die dann auch mal in der ersten Mannschaft. Holger Bartschuber meinst du jetzt? Ja, genau den. Genau den. Ja, also von der aktuellen U21 geh ich wirklich jetzt nicht davon aus, dass irgendeiner da schon direkt hochkommen kann, aber Potenzial haben ein paar Leute so. Also, ich glaub... Ja, aber ich halte es jetzt nicht für ausgeschlossen, dass, wie gesagt, äh, äh, Sanko, Ahamada, Cissé und jetzt vielleicht auch nochmal dann, äh, Lee Eckloff mit reingerechnet, dass wir die in der Rückrunde meiner ersten Mannschaft sehen. Jetzt nicht, nicht Startelf, nicht, nicht, machen keine 17 Spiele, aber dass wir die mal sehen auf jeden Fall. Ja, Eckloff und, ähm, Ahamada hab ich auf dem Zettel. Bei Cissé weiß ich, kann ich es nicht einschätzen, weil da hörst du ja so auf nichts. Ja, aber immerhin hat der ja schon mal, ne? Der hat absolut, ja. Und, äh, dennoch muss ich sagen, also, es ist merkwürdig, wie wenig über ihn zum Beispiel dann auch mal so in kleineren Artikeln berichtet wird. Ahamada wird immer wieder, dass er im Training vor allem auf sich aufmerksam macht. Und, äh, zunächst sehr, sehr gute Leistungen gezeigt hat, dann ein bisschen abgefallen ist und sich zuletzt wieder reingekämpft hat. Aber von Cissé, ja, da hat man mehr oder weniger nur aufgrund von einer Nachfrage George Moissidis, äh, davon erfahren, dass der verletzt war oder ist. Ja, genau. Also, also, Cissé ist für mich so der, 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 der Massimo der letzten Saison, ja. Also Massimo, der ja auch dann über Monate verschollen war. Und Cissé auch spielt im ersten, im allerersten Saisonspiel in der ersten Liga gegen Freiburg und ist dann wochenlang verschollen. Und niemand fragt nach und dann kommt raus, okay, der ist jetzt verletzt, aber ob er es vorher auch war, weiß eigentlich niemand. Vielleicht hat er den Spitt von Massimo übernommen und das sind irgendwelche magischen Kräfte, die da wirken. Wer weiß das schon. So, der VfB, du hast es gesagt, äh, rangiert jetzt aktuell auf Platz 10 und trifft morgen, sprich, wenn ihr es hört, heute um 17 Uhr auf Sonnenhof, Groß Asbach. Und dann ist die Saison, Quatsch, dann ist die Hinrunde, nein, dann ist das Fußballjahr, so können wir es rund machen, für die U21 durch. Ähm, und es geht dann in die Winterpause, in die kurze, in die verkürzte aufgrund dessen, dass ja im November nicht gespielt werden konnte. In der Regionalliga wurde die, die, äh, der Starttermin für die Rückrunde, nenne ich es jetzt einfach mal, vorgezogen. Restrunde habe ich, glaube ich, letztes Jahr etabliert. Ja, ja, genau. Aber warte mal, bei, bei 22 Mannschaften in der Liga gibt es 42 Spieltage, oder? Ja. Und der VfB macht dann morgen sein 14. Da haben sie ein ordentliches Restprogramm, ne? Ja, da wird im Drei-Tage-Rhythmus durchgespielt. Wow, okay. So läuft das halt heutzutage. Aber auf jeden Fall gibt es dann genug Gelegenheit, Spielpraxis zu sammeln für Spieler, die es nicht in der ersten Mannschaft sind. Es gibt genügend Möglichkeiten, endlich mal einen Livestream irgendwie in den Start zu bringen und zu testen. Ja, genau, also, genau, 14 haben wir noch 28 Spieltage Zeit, um Livestream irgendwie an den Start zu bekommen. Also, das ist machbar. So, Sebastian, jetzt müssen wir einmal ganz tief durchatmen. Jetzt kommen die schweren Themen dieses Abends auf den Tisch. Lass uns loslegen mit einer ganz einfachen Meldung. Der Vereinsbeirat hat sich heute gemeldet. Ihr wisst es natürlich, am Freitag lief die Bewerbungsfrist für das Präsidentenamt für die nächsten vier Jahre aus. Also, sprich, bis Freitag 0 Uhr hatten, Interessenten die Möglichkeit, sich zu bewerben. Und jetzt schaut sich der Vereinsbeirat die eingegangenen Bewerber genau an. Es gibt da auch ein Zitat von Wolf-Dietrich Erd, dem Vorsitzenden. Da sagt er, es ist uns bewusst, dass seitens unserer Mitglieder ein großes Interesse besteht, schon zum jetzigen Zeitpunkt die Namen der Bewerber zu erfahren. Wir können dieses Interesse sehr gut nachvollziehen. Wir bitten an dieser Stelle aber um Verständnis, dass wir den ausdrücklichen Wunsch von Bewerbern respektieren werden und an diesem Punkt des Verfahrens deshalb keinen Namen kommunizieren oder kommentieren, muss man noch dazu sagen. Ja, wir wissen aber, weil der Vereinsbeirat es uns mitgeteilt hat, dass es neben Klaus Vogt noch drei weitere Kandidatinnen beziehungsweise Kandidaten gibt, die sich eben auf das Amt des Präsidenten des VfB Stuttgart bewerben. Zwei wissen wir ja eigentlich ziemlich genau, wer das sein müsste. Einmal der Herr C., den wir letzte Woche schon mal zivilisiert hatten. dessen Bewerbung ja mehr oder weniger Sekunden, nachdem er den Umschlag in den Briefkasten der Mercedes-Straße eingeworfen hat, gab es ja dann einen Artikel in den Stuttgarter Medien, dass er sich bewirbt. Also insofern wissen wir ja sehr genau, der Herr C. bewirbt sich und auch, ja, von... Ja, die andere, die andere da. Genau, die Dame, die sich für jedes Amt in Baden-Württemberg bewirbt, auch für die gibt es eine, von ihr gibt es eine Bewerbung und, ja, die wird vermutlich aussortiert, weil sie nicht über die nötigen Qualifikationen verfügt. Dagegen wird sie dann klagen und, ja, alles wie immer. Also, aber wir wissen eigentlich relativ genau, wer sich beworben hat. Das ist Klaus Vogt, Volker C., die Dame und Mr. X. Ja, Mr. X ist jetzt die große Frage. Da gibt es ja, ich möchte sagen, fast schon Verschwörungstheorien aktuell. Also, ich sag mal so, ich bin ganz ehrlich, ja, ich traue es dem Vereinsbeirat durchaus zu, dass man hier einen Platzhalterkandidaten aufstellt. Ah, schön, ja, ja. Ich kann mir alles vorstellen, weil es wird halt mit allen Mitteln aktuell gekämpft, von allen Seiten. Da kommen wir nachher noch vielleicht ausführlicher drauf zu sprechen. Aber es ist einfach durchaus möglich, dass sich vielleicht aktuell noch gar kein direkter Kandidat im Pool befindet und der Vereinsbeirat einfach weiter auf der Suche ist. Denn, wir haben ja schon darüber gesprochen, theoretisch kann der Vereinsbeirat auch nach dieser Frist selber Kandidaten noch nominieren oder aufstellen. Das ist, glaube ich, der bessere Begriff. Es wäre natürlich dann auffällig, wenn du jetzt sagst, es gibt neben Klaus Vogt zwei weitere Kandidaten, dann wissen wir, das ist C und die andere Frau. Äh, nicht die andere Frau, sondern C und die Dame. Und jetzt auf einmal wird aber Klaus Vogt aufgestellt und Mr. X. Ja, dann wissen natürlich alle, okay, der Vereinsbeirat hat nachträglich jemanden angesprochen und den zur Wahl gestellt. Das kann man auch jetzt nicht groß kritisieren, weil es halt einfach die Satzung hergibt. Also das ist dann ein Problem, das müssten die Mitglieder ändern, denke ich mal. Da müsste man, weiß nicht, das würde ja wahrscheinlich gehen durch einen Antrag auf Satzungsänderung in diesem Punkt, oder? Müsste möglich sein. Aber prinzipiell ist das legitim, sozusagen. Aber dass ich überhaupt darüber nachdenke, dass sowas möglich ist. Der Vereinsbeirat hier einfach sagt, es gibt drei Kandidaten und unter Umständen ist der dritte Kandidat noch gar nicht ausgewählt, beziehungsweise vielleicht ein vom Vereinsbeirat angesprochener Kandidat, der aber seinen Namen noch nicht an die Öffentlichkeit weitergeben möchte. Irgendwie nervt mich das schon wieder. Natürlich gab es das auch bei der letzten Bar, dass es Kandidaten und Kandidatinnen gab, die nicht namentlich genannt werden wollten. Und da haben wir auch schon darüber nachgedacht, Mensch, ist es überhaupt gut, wenn jemand den Namen nicht nennen möchte und eigentlich sich für so ein Ampel wirbt und so. Wir sind damals, glaube ich, auch zu dem Entschluss gekommen, das ist ja eigentlich okay, also das gehört halt einfach dazu, dass sowas möglich sein muss. Und am Ende haben wir ja trotzdem alle Namen gewusst, letzten Endes, beziehungsweise wurden auch bekannt gegeben vom Vereinsbeirat. Nur trotzdem vertraue ich diesem Gremium nicht mehr. Das bringe ich mal so direkt auf den Punkt. Und das ist eigentlich ein Problem. Wenn hier ein Mitglied sitzt und sagt, ich vertraue dem Gremium nicht mehr. Ich weiß nicht, wie du siehst, Sebastian. Wie ist dein Gefühl, wenn du von den Kandidaten hörst, Kandidatinnen hörst und wie schätzt du die aktuelle Lage ein rund um die Wahl des Präsidenten? Also mit dem Statement des Vereinsbeirats heute bin ich tatsächlich erst mal sehr zufrieden. Denn wenn kommuniziert wird, es gibt drei Bewerber neben Klaus Voigt, dann haben wir Volker C, die Dame und Mr. X oder Mrs. X. Und das macht es dem Vereinsbeirat aus meiner Sicht quasi unmöglich, Klaus Voigt nicht zu nominieren. Und das ist echt so mein Kernanliegen. Ich halte es tatsächlich, also du hast gesagt, du vertraust dem Gremium nicht. Ich vertraue diesem Gremium auch überhaupt nicht. Also ich vertraue ihm zumindest nicht insoweit, dass ich davon überzeugt bin, dass meine persönlichen Rechte als Mitglieds irgendwie von diesem Gremium umgesetzt werden. Insofern vertraue ich dem Gremium auch nicht. Aber bei drei möglichen Gegenkandidaten, von denen halt zwei bekannt sind, ist es für mich schlichtweg unmöglich, Klaus Voigt nicht zu nominieren. Diese Angst habe ich tatsächlich immer noch im Hinterkopf. Also die schwingt bei mir noch mit. Ich halte das nach wie vor nicht für unmöglich. Aber wenn es nur so wenig Kandidaten gibt, dann halte ich es dann tatsächlich für praktisch unmöglich. Und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung. Und mir geht es echt nicht darum, dass Klaus Voigt auch erneut gewählt wird. Das ist mir tatsächlich relativ egal. Mir geht es darum, dass er aufgestellt wird, dass die Mitglieder ihn wählen können, weil er ist dann vermutlich der beliebteste Präsident seit Menschengedenken beim VfB. Und die Mitglieder sollten dann die Möglichkeit haben, ihn auch erneut zu wählen. Wenn der Vereinsbeirat einen Kandidaten findet, der noch beliebter ist, von dem die Mitglieder sagen, der ist noch besser als der Klaus Voigt, natürlich, dann stellt ihn auf und dann lasst die Leute wählen. Aber ihn nicht aufzustellen, das wäre ein grobes Foulspiel. Und das geht gar nicht. Und das heutige Statement mit so wenigen Mitbewerbern, das lässt mich hoffen, dass wir eine Wahl bekommen, in der die Möglichkeit besteht, den Amtsinhaber erneut zu wählen. Du hast gerade was gesagt, das finde ich ganz wichtig. Ich will wirklich, und das ist unabhängig von Klaus Voigt, den bestmöglichen Präsidenten für den VfB Stuttgart. Das heißt für mich, ein Präsident, der im Sinne des Vereins handelt und im Sinne der Mitglieder und möglichst unabhängig von anderen Gremien entscheidet. Damit meine ich natürlich nicht, dass man sich nicht verständigen darf und unterschiedliche Meinungen haben darf und dann vielleicht auch mal sich anpassen muss oder unterordnen muss einer Meinung. Das gehört da mit dazu. Diskussion finde ich sowieso grundsätzlich wichtig. Also es müssen sich auch nicht alle verstehen, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Es ist völlig okay, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt. Aber für mich ist es wichtig, dass derjenige, der den VfB dann ab dem 18.03. repräsentieren wird, dass das der bestmögliche Präsident ist. Und das ist auch die Aufgabe, aus meiner Sicht des Vereinsbeirats, diese Frau oder diesen Mann zu finden, der die bestmögliche Wahl für den VfB ist. Beziehungsweise am besten wäre es, wenn es zwei Kandidaten gibt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wird es auch definitiv zwei Kandidaten bei der Wahl geben. Also wir werden definitiv eine Wahl haben. Es wird nicht nur Klaus Vogt aufgestellt oder im schlimmsten Fall irgendjemand anderes. Und das ist für mich, wie gesagt, das Entscheidende. Und ich habe aktuell nicht das Gefühl, dass es für alle in diese Richtung geht, sondern wir haben es ja ein paar Mal schon gesagt, ich glaube wirklich, dass hier der ein oder andere Vereinsbeirat oder Vereinsbeirätin schon auch eigene Interessen verfolgt. Und das geht mir einfach auf den Sack. Und dass ich so denke, das hängt auch damit zusammen, wie es unter Dietrich hier lief. Das hängt auch damit zusammen, wie sich Vereinsbeiräte damals auf der Mitgliederversammlung 2019 positioniert haben. Und es wird beim VfB einfach weggeschwiegen. Da wird überhaupt nicht mehr drüber geredet. Also das ist auch ein Problem. Ich habe das schon ein paar Mal thematisiert und ich kann es nicht oft genug sagen. Man kann sich auch einfach mal hinstellen und sagen, man hat die Situation damals falsch eingeschätzt. Dann belügt uns halt. Ist mir scheißegal. Stell dich hin und sag, hey, ich habe damals Scheiße gebaut. Oder du musst doch nicht mal sagen, du hast Scheiße gebaut, sondern du hast dich damals blenden lassen. Nimm doch Dietrich einfach als den Lügner, der ja sowieso war. Sagt doch einfach, der Dietrich hat uns alle verarscht. Der hat nicht mit offenen Karten gespielt. Wahrscheinlich machen sie sich dann rechtlich angreifbar oder so, wenn sie sowas sagen. Oder anders. Wahrscheinlich kann dann irgendjemand nachweisen, ja, Moment mal, aber ihr habt alle Daten gehabt beziehungsweise alle entscheidenden Informationen. Ihr hättet das eigentlich wissen müssen, dass Wolfgang Dietrich nicht mit offenen Karten in Sachen Quadrex gespielt hat. Beziehungsweise gibt es ja da immer die Aussage, jetzt rede ich schon wieder wahrscheinlich total im Bullshit, aber es gibt ja immer diese Aussage, dass es rein rechtlich alles in Ordnung war. Aber das war ja nie das Thema. Die moralische Frage war die entscheidende. Und die hat man damals eigentlich schon so beantworten müssen, dass Wolfgang Dietrich nicht mehr tragbar war. Und als das alle gewusst haben, alle Mitglieder oder die meisten, dann gab es immer noch Leute vom Vereinsbeirat, die sich hingestellt haben und der Meinung waren, Dietrich ist das Beste, was uns hier passiert ist. Heil Dietrich, wir müssen einfach zu ihm halten. Es kann keinen besseren geben. Und dass das nie richtig aufgearbeitet wurde und sich da auch nicht positioniert wurde zu diesem Thema, ist zum Kotzen. Und ich sehe den Vereinsbeirat übrigens nicht als unsere, weiß ich nicht, als unsere heilige Stätte oder so, die wir huldigen sollten. Und ich glaube schon, dass es da einige gibt im Vereinsbeirat, die dieses Verständnis haben. Ja, dass sie wirklich denken, sie wären sozusagen die besseren Mitglieder und sich ihrer Macht extrem bewusst sind. Und das nervt mich eigentlich, dass da ein Missverhältnis entsteht. Das sind im Endeffekt die Vertreter für uns alle, die da im Vereinsbeirat sitzen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das die Vertreter von mir sind, von dir sind, von anderen Mitgliedern sind, sondern ich habe wirklich das Gefühl, dass das eher die Vertreter sind, die andere Interessen vertreten. Welche auch immer. Ich kann jetzt nur spekulieren, möchte ich aber an der Stelle noch nicht. Aber es ist sehr merkwürdig, was da abgeht. Und ich freue mich auf die Mitgliederversammlung im September, weil da muss wirklich mit den Leuten, die damals Dietrich zur Seite standen, auch konsequent aufgeräumt werden. Ist meine Meinung. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, der Vereinsbeirat ist ja das Gremium, das uns im Zuge der Ausgliederung als das Organ verkauft wurde, das unsere Mitgliederrechte stärkt. Und es ist halt schlichtweg nicht so. Also im Endeffekt entscheiden jetzt acht Leute darüber, wer Präsident wird. Denn sie entscheiden darüber, wer als Präsident überhaupt kandidieren darf. Und da kann es der beliebteste Präsident aller Zeiten sein, den von 72.000 Mitgliedern 60.000 gerne wählen würden. Und wenn dann vier Leute sagen, nö, der ist es nicht, dann können wir ihn auch nicht wählen. Und ja, schwierig. Also die Satzung des EVs ist eh ein bisschen schwierig, finde ich. Aber dieses Versprechen im Zuge der Ausgliederung, dass die Mitgliederrechte gestärkt werden, das sieht man aktuell ganz konkret am Beirat, der so unfassbar viel Macht hat. Das sind halt aktuell nur acht Leute. Da werden die Mitgliederrechte garantiert nicht gestärkt. Und das ist halt schon tragisch. Und da muss man wirklich auch großen Fokus auf diese acht Leute legen. Und man darf natürlich auch nicht den Fehler machen, zu sagen, der Beirat ist der Beirat. Nee, also der Beirat besteht aus acht Leuten. Und acht Leute haben auch acht verschiedene Meinungen. Und auch dort gibt es natürlich Leute, die so denken und Leute, die so denken. Und man darf das auch da nicht pauschalisieren. Und das macht es ja nur umso spannender. Aber dass wir jetzt im Dezember 2020, nach dem Aufstieg, nach einer sensationellen Hinrunde oder nach sensationellen 13 Spieltagen und einem beliebten Präsidenten und einem beliebten Vorstandsvorsitzenden jetzt wieder diese gleiche Scheiße an Hacken haben, wie im letzten Sommer, das hätte ich echt nicht für möglich gehalten. Ja, also da gebe ich dir absolut recht. Vereinsbeirat, auch dort gibt es einen Richtungskampf, ganz klar. Also das ist auch das, was wir so mitbekommen. Da gibt es eben nicht einen Strang, an dem gezogen wird, sondern da gibt es unterschiedliche Ansichten zu diversen Themen. Und vielleicht ist es auch da wichtig, dass man mal überlegt, wen kann man eigentlich ansprechen. Ja, also es gibt ja jetzt aktuellen freien Posten im Vereinsbeirat, der besetzt werden darf. Also bis zum 18.01. können sich da Interessenten noch bewerben. und man kann da durchaus mal überlegen, hey, wer kommt da eigentlich in Frage und wen könnte man da mal ansprechen? Weil so kann man natürlich auch dazu beitragen, dass der Verein in eine Richtung gelenkt wird, die einem vielleicht besser gefällt. Und gleiches gilt natürlich dann für die Position, die im September, also die anderen acht, die dann noch dazukommen, die dann auch neu vergeben werden müssen. Auch da kann man sich überlegen, wen kann man eigentlich aufstellen? Und hier ist es ja so, dass Klaus Vogt da am Ende sogar das letzte Wort hat, sollte er als Präsident bestätigt werden, weil da wird ja vom Wahl, heißt es Wahlrat oder Wahlkommission, wie ist der genaue Ausdruck, weißt du es? Nee, keine Ahnung, keine Ahnung. Also da wird ja dann entschieden, wer zur Wahl aufgestellt wird. Interessant wird es natürlich, ja, wie es dann im Präsidium weitergeht, weil da ist ja dann wiederum der dann zur Wahl auch stehende Vereinsbeirat wieder der erste Ansprechpartner. Also da muss man dann auch genau hingucken, wen der dann noch amtierende Vereinsbeirat zur Präsidiumswahl aufstellt. Die steht ja im September an. Ja, genau, das ist dieser legendäre Zirkelbezug. Genau, und das ist ja, du merkst ja immer mehr, umso länger du dich mit dieser Satzung und mit diesen ganzen Bezügen auseinandersetzt, merkst du, dass das eine, also dass man versucht hat, Dietrich so stark wie möglich zu unterstützen mit diesen Gremien, die da geschaffen werden und mit den Strukturen, die da, die neu, oder mit der Satzung letzten Endes. und dann merkt man erst mal, wie falsch da einige Dinge waren und wie wenig man als Mitglied eigentlich davon wusste. Natürlich kann man immer wieder sagen, ja, da stand ja in der Satzung, aber okay, manches hat man so gar nicht richtig einschätzen können aus der damaligen Sicht und das wird einem jetzt erst richtig gewahr, was eigentlich einzelne Punkte bedeuten oder was die für Auswirkungen haben, vor allem dann, wenn es mal kritisch wird, wenn vielleicht mal Leute zurücktreten oder abgewählt werden oder dergleichen, dann merkt man auf einmal, okay, so einfach ist es doch nicht. Gut, lass uns dann vielleicht gleich überleiten zu einem anderen Thema, das mich sehr wütend gemacht hat in den letzten Tagen. Es geht natürlich um die Situation, Klaus Vogt, Thomas Hitzesberger, die jetzt aufkocht, die aber, glaube ich, wenig überraschend ist, weil hinter vorgehaltener Hand das Thema eigentlich schon lange diskutiert wird und immer mal wieder wird einem da eine Information, ich möchte mal sagen, zugesteckt, aber man weiß nicht so richtig, wie man das werten soll, weil man weiß natürlich auch nicht, welches Interesse verfolgen oder welche Interessen verfolgen diejenigen, die dir diese Informationen schicken. Muss man natürlich immer vorsichtig sein mit sowas. Und man muss auch grundsätzlich sagen, Sebastian, dass wir hier zwei unterschiedliche Problemfelder haben. Einmal die Presse, die sich benutzen lässt für interne Grabenkämpfe und auf der anderen Seite tatsächlich stattfindendes Problem, sage ich jetzt mal, zwischen Klaus Vogt und Thomas Hitzesberger, zwischen Klaus Vogt und Teilen im Vereinsbeirat, zwischen Klaus Vogt und Teile des Aufsichtsrats, zwischen Klaus Vogt und Teile des Vorstands, des Präsidiums. Also Klaus Vogt hat da schon ein paar Gegner, möchte ich mal so sagen. Und das liegt nicht daran, dass Klaus Vogt irgendwie ein großes Arschloch ist oder so, sondern das liegt eher daran, dass da einige Leute Interesse daran haben, den Zustand, vor allem aus der Dietrich-Zeit, zu wahren. Und da zählt übrigens nicht, aus meiner Sicht, nicht Thomas Hitzesberger dazu, aber wir dröseln das vielleicht gleich dann noch genauer auf. Ich wollte das nur vorwegnehmen, nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht. Ja, aber es ist für Klaus Vogt aktuell nicht besonders leicht, eine gute Figur zu machen, nach außen hin. Und ja, ich weiß nicht, wie du siehst, die aktuelle Situation. Ja, total schwierig. Also wir dachten ja, also zumindest ich dachte, bis vor ein paar Wochen, es wäre da alles irgendwie gut. Wir haben den beliebtesten Präsidenten seit langer Zeit. Wir haben einen Vorstandsvorsitzenden, der sehr populär ist. Die Mannschaft spielt gut und es schien ja alles irgendwie ganz wunderbar. Und es war ja fast zu schön, um wahr zu sein. Und jetzt stellt man fest, okay, das ist auch nicht wahr. Sondern intern, da gärts und da knarzt es und da knirscht es. Und ja, und im Brennpunkt dieser ganzen Diskussion scheint tatsächlich Klaus Vogt zu stehen. Und jetzt hat man so ein paar Sachen gehört, so wie er auftritt, das gefällt nicht und dieses gefällt nicht und das gefällt nicht. Und was ich halt so gar nicht einschätzen kann, tritt er wirklich so auf, wie es ihm nicht zusteht? Oder tritt er genauso auf, wie es ihm zusteht, als Vertreter des EVs, der ja nun mal 88 Prozent Anteilseigner der AG ist. Natürlich hat er im Aufsichtsrat auch nur eine Stimme, trotz der Anteilsmehrheit. Aber ja, ich glaube, dass im Aufsichtsrat dann zum Beispiel auch manche Leute einfach gar nicht gewohnt sind, dass man da noch diskutiert. Weil wir haben ja auch gehört, alle Entscheidungen wurden in den letzten Jahren immer einstimmig getroffen. Ob sie jetzt einstimmig getroffen oder als einstimmig protokolliert, ob sie jetzt so getroffen wurden oder nicht, war egal. Das war alles immer einstimmig und das ist jetzt halt nicht mehr so. Und vielleicht ist dem Aufsichtsrat dann auch so ein bisschen die Diskussionskultur verloren gegangen. Aber das kann ich natürlich nicht einschätzen. Aber ich glaube fast, dass diese Bereitschaft zur Diskussion und dass es da mal ein bisschen knarzt, die gibt es vielleicht in der Mercedes-Straße gar nicht mehr. Jetzt kommt ein neuer Präsident und der fordert die ein und dann fühlen sich alle gleich irgendwie auf den Fuß getreten. Von außen betrachtet ist das aus meiner Sicht ein riesiger Kindergarten. Du siehst halt Klaus Vogt und Thomas Hitzisberger, die da vielleicht auch von dem einen oder anderen benutzt werden, um irgendwelche Kämpfe auszutragen. Und man denkt sich die ganze Zeit, das sind doch erwachsene Männer. Setzt euch doch an einen Tisch, besprecht das und versucht das Ganze intern zu lösen und dann auch zu halten. Dass da ständig was nach außen bringt, ist doch zum Kotzen. Und hier muss man ganz eindeutig einen Namen nennen, das ist Oliver Schrafft, der natürlich nichts mehr macht für den Verein, alles. Komm, sind wir doch ehrlich, das was wir hören, Bullshit. Oliver Schrafft mag sein, dass er nicht mehr so viel macht wie zu Zeiten, als die Datenaffäre noch nicht publik war, aber wir hören es an allen Ecken und Enden, dass der mehr oder weniger im Homeoffice, ist ja egal wo, sitzt und von da aus weiter die Strippen zieht bei diversen Themen. Und auch, dass das hier an die Presse ging, da hört man an allen Ecken und Enden, dass es der Schrafft war, der den Urbiner anruft und auch dafür gesorgt hat, dass der SWR damit einsteigt. Es mag ja inhaltlich stimmen, dass zwischen Vogt und Hitzesberger Probleme auftreten, aber was mich nervt, sind die Artikel, wie die verfasst werden. Das sind ja keine journalistischen Artikel. Das sind ja Artikel, die sich eindeutig in der Art und Weise, wie sie eben Sätze formulieren, sich auf eine Seite stellen und versuchen, hier Klaus Vogt schlecht zu machen. Also da fällt mir nichts anderes mehr dazu ein. Du liest zum Beispiel von Vorwürfen, Vogt mischt sich immer wieder ins operative Geschäft ein und wünscht sich grundsätzlich mehr Mitspracherecht, wo ich mir denke, okay, wo ist das jetzt der Fall? Ein Thema, das hier aufgeploppt ist, war Materazzos Vertragsverlängerung im Mai. Da denke ich mir so, ja, no shit, Alter. Natürlich muss er die Fresse aufmachen. Du kommst da mit dem Wunsch einer Vertragsverlängerung um die Ecke zu einem Zeitpunkt, wo Corona losgeht, wo du deine Mitarbeiter in Kurzarbeit schickst, wo Leute Angst haben müssen, also Mitarbeiter des VfB Stuttgart und Mitarbeiterinnen, dass sie ihren Job verlieren, wo ein Trainer bislang absolut nicht abliefert, denselben Punkteschnitt wie Tim weiter vorzuweisen hat, von dem wir bis heute nicht wissen, warum der eigentlich seine Position verloren hat. da wird auch nur drüber spekuliert. Eine Aufarbeitung gab es da vielleicht intern, aber wurde zumindest dann auch nicht so richtig diskutiert mit den Fans, beziehungsweise es gab da irgendwie nie so mal so ein Statement, dass man verstanden haben könnte, so durch die Blume, okay, es lief nicht zwischen Tim weiter und der Mannschaft oder was weiß ich, das kann man ja irgendwie verklausulieren und dann weiß es jeder. Das gab es alles nicht. Das haben wir alles so hingenommen. Scheiß drauf, Trainer weg, wen juckt's? Und dann kommt Mislintat um die Ecke und sagt so, mit Materazzo verlangen wir im Mai, um ein Zeichen an die Mannschaft zu setzen, wo ich mir denke, okay, wer trägt denn die Kosten, wenn es schief geht? Wer muss den Scheiß auslöffeln am Ende? Es ist der VfB, weil Mislintat wäre unter Umständen auch weg gewesen, wenn es mit Materazzo jetzt nicht funktioniert hätte, so wie er sich das vorstellt. Und das hat Klaus Vogt als Aufsichtsratsvorsitzender gesagt, ey, hold on, lass mich erstmal drauf gucken, ob das überhaupt Sinn macht, können wir das aktuell den Mitgliedern überhaupt verkaufen? In der aktuellen Situation, den Fans, wo alle, wie gesagt, davor Angst haben, was die Zukunft mit sich bringt. Können wir da so eine Vertragsverlängerung nur als taktischen Grund, können wir das überhaupt den Leuten verkaufen? Nee, kannste eigentlich nicht, aber man hat's gemacht und Mislintat hat Mervlinger aufs richtige Pferd gesetzt in dem Moment, aber es war nichts anderes als ein Gamble. Das war Fakt, also das hätte genauso gut schief gehen können. Und dann erdreistet sich der SWR, einen Satz zu schreiben, in dem steht, Vogt im Erfolgsfall schnell mit einem Social Media Post am Start verzichtete damals auf einen Kommentar zur Verlängerung, also von Matarazzo. Ja, ich kann's auch verstehen, weil er es wahrscheinlich als falsch angesehen hat, mit Matarazzo zu verlängern. Und es ist ja okay, dass man sich dann vielleicht im Aufsichtsrat anders geeinigt hat, dass Vogt dann ein Problem mit hatte, kann ich gut nachvollziehen, ja, find ich nicht schlimm. Und wenn er sich dann der Entscheidung unterordnet, ja, da muss er trotzdem keinen Post irgendwie auf Social Media abwerfen. Ja, natürlich, genau. Geht's jetzt darum, oder was, dass er auf Twitter irgendwas schreibt? Wenn's darum geht, ja, dann wird in Zukunft keine Ahnung, äh, äh, Sirius auf Twitter, der hat zum Präsidenten gewählt, der meldet sich zu jedem Thema. Wollt ihr das, dass jeder irgendwas zu irgendeinem Thema schreibt? Also ich weiß nicht, ob man darauf jetzt Wert legen muss, da geb ich einen Fick drauf, sag ich dir so, wie es ist. Das nächste war dann mit Misslintatsvertragsverlängerung, wo dann auch so, ja, der Vogt würde das blockieren. Alles, was der Vogt macht, da bin ich mir sicher, der macht das aus einem Grund, um das Bestmögliche für den Verein hinzubekommen. Und Klaus Vogt weiß natürlich auch, aktuell Corona, jetzt kommt's zu dem Misslintat, möchte natürlich auch eine Gehaltserhöhung, was ja ihm auch zusteht, hätte er gute Arbeit geleistet. Aber vielleicht kann man das mit Prämien lösen oder dergleichen. Und nicht mit einem Festgehalt oder so. Was dem VfB auch wieder in Schwierigkeiten bringen kann, vor allem, wenn dann vielleicht Sven Misslintat seinen Job verliert oder, weiß doch, gucken, was so passiert. Also, was es mir geht, ist, dass ein Aufsichtsrat-Vorsitzender nicht mitspricht, welcher Spieler verpflichtet wird oder welcher Trainer verpflichtet wird, aber durchaus ein Mitspracherecht hat, ob Sven Misslintat zu welchen Konditionen verlängert wird. Und er kann auch definitiv dann mal die Frage stellen, ob es Sinn macht, in Corona-Zeiten im Mai einfach mal einen Trainer mit einem neuen Vertrag und mehr Geld auszustatten, der bis dahin einfach nicht nachgewiesen hat, dass er den VfB voranbringt. Das wussten wir doch nicht, wie sich das alles entwickelt. Hätte der Castro nicht durch Zufall einmal da irgendwie einen zweiten Gang gefunden, dann wäre das Spiel gegen einen Hamburger SV verloren gegangen oder so. Und dann würden wir jetzt dastehen. Dann die Diskussion mit dem Trainervorschlag nach der Walter-Entlassung. Da schreibt der SWR, halte ich fest, Sebastian, nur wenige Tage nach der Trennung von Coach Tim Walter fühlte sich der, und ich sag's nochmal, das ist ein journalistischer Artikel, kein Blogartikel. Und der SWR schreibt, nur wenige Tage nach der Trennung von Coach Tim Walter fühlte sich der 51-jährige Beruf hin, eigene, unabgesprochene Vorschläge für die Nachfolge zu machen. Mit wem soll er denn die Vorschläge absprechen? Zu wem soll er denn gehen? Wenn ich einen Vorschlag mache, wenn ich zu dir komme und sage, hey Sebastian, ich würde es gut finden, wenn wir in Zukunft statt mit einer Katze mit einem Schwein im Zimmer senden. Dann habe ich den Vorschlag auch vorher mit keinem abgesprochen, sondern ich erzähle dir, was ich mir gerade vorstelle. Und wenn ein Klaus Vork kommt, der mit Sicherheit auch kein schlechtes Netzwerk hat durch seine Playfair-Geschichte und zum Beispiel sagt, nur mal ein dummer Gedanke, hey, der Daniel Thun, ich sag's jetzt einfach mal, der Daniel Thun, den könnten wir von Osnabrück loseisen. Was haltet ihr von dem? Wo ist das Problem? Darf er das denn nicht sagen? Ist das echt für euch ein Problem? Seid ihr echt so kindisch drauf, dass ihr noch nicht mal einen Vorschlag zulasst? Also ich kann mir einfach bei Klaus Vogt nicht vorstellen, dass der hingeht zu Missentat und sagt, Sven, pass auf, wenn's der Thun nicht wird, dann ist hier aber was los. Das würde der in 100 Jahren nicht machen. Und dass ein journalistisches Produkt sich erdreistet, so eine Scheiße zu schreiben, das kotzt mich einfach nur noch an. Und dann, Sebastian, du darfst gleich darauf antworten, und es ist besser, wenn ich da mal das Maul halte. Der Neussides schreibt in seinem Artikel, der Klubchef, dessen Kompetenzen als Seiteneinsteiger im Amt von Teilen des Aufsichtsrats seit jeher belächelt wird, wünscht sich mehr Einblick in und Mitsprache bei den sportlichen Abläufen. Wo ich mir denke, hold on. Was bitte? Der Aufsichtsrat belächelt, Klaus Vogt? Port? Ja? Also über Port lacht ganz Daimler, weil er den Anschluss im Transportwesen total verpennt hat und eine gut laufende Sparte von Daimler fast schon ruiniert hat. Also was hat denn der bitte schön für sportliche Kompetenzen? Weil er morgens joggen geht oder was? Weiß er jetzt, welche Spiele er verpflichten soll? Geiser. Was macht denn Geiser? Wo hat denn Geiser bitte sportliche Kompetenzen? Wenn Geiser nicht Dietrichs Buddy wäre, dann würde der heute noch in Freudenstadt irgendwo bei einer Bank arbeiten oder sonst irgendwas. Jenner, Rainer, Suck, was haben die für sportliche Kompetenzen? Der Einzige, der sportliche Kompetenzen vorzuweisen hat, ist odiger und den kann ich nicht mehr ernst nehmen, weil er sich immer vor den Karren spannen lassen hat von den anderen Vögeln. So, und dann kommt Adrien, der von Vogt da reingedrückt wurde in Aufsichtsrat, ja, und ich kann mir kaum vorstellen, dass der sich über Klaus Vogt lustig macht. Ja, also die sich da offensichtlich über die Kompetenzen des Seiteneinsteigers lustig machen. Das sind selbst alle Seiteneinsteiger. Die können genauso die Fresse halten. Was soll denn der Scheiß? Also ich verstehe es wirklich nicht. Reden wir hier gerade wirklich über die Elefantengruppe aus irgendeinem Kindergarten oder was? Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass er drauf reagiert oder wie wenn ein Aussässiger plötzlich da in den Aufsichtsrat kommt und man man mobbt den mehr oder weniger raus. Was soll denn der Scheißdreck? Jetzt mal ohne Scheiß, ich hab echt so was von die Schnauze voll von diesem Verein. Diese ständigen Diskussionen, sinnlose Diskussionen über absolut bescheuerte, egoistische Themen, wo es überhaupt nicht mehr darum geht, was ist denn für den Verein am besten. Wenn ich von außen drauf gucke, sehe ich Klaus Vogt, der den Verein in bester Weise repräsentiert und ich sehe nirgends, wie er ähnlich wie Dietrich ständig ins operative Geschäft eingreift. Nur weil er einen Vorschlag unterbreitet oder nur weil er bei einer Vertragsverlängerung nicht der gleichen Meinung ist wie Thomas Hitzesberger, ist das für mich noch lange kein Grund, hier irgendwie das große Besteck rauszuholen. Mir geht das einfach auf den Sack. Echt, da sind Egoisten am Werk, die einfach ihr Ding durchdrücken wollen und ihr aktuellen, ihren aktuellen Posten zementieren wollen und nichts anderes zulassen. Das ist, also Entschuldigung. Ja, nee, ich unterschreibe das komplett, was du gerade gesagt hast und ich finde die Berichterstattung auch erstaunlich. Also, und es scheint sich ja tatsächlich so komplett eingeschliffen zu haben, ja, was unter Ära, unter Ära Dietrich, ja, beim VfB stattgefunden hat, ne, also, dass auch dann George Moisides schreibt, ne, also Seiteneinsteiger, alle sind Seiteneinsteiger. Warum soll denn den Port als, was ist da, Vorstand, Personal und, äh, Transport irgendwas, warum soll der Ahnung vom Fußball haben, ne, also, warum soll ein Jenner, der sich um Hochdruck, Reiniger, kümmert, Ahnung vom Fußball haben? Niemand hat da Ahnung vom Fußball, alle sind Seiteneinsteiger. Also, und, und auch, ähm, wo stand, ich glaube dann im, im, im Artikel vom Carlos Ubina, ähm, dass die Schwergewichte im Aufsichtsrat, das Leichtgewicht, Vogt belächeln, ja, da kann man sagen, okay, ihr habt alle jeweils nur eine Stimme, aber der Präsident des EVs, der vertritt halt einfach 88% der Anteile und ihr alle zusammen 12% oder 11,25%, ja, und der ist kein Leichtgewicht und dass die Presse das dann wirklich so mitschleppt, ähm, ach, das finde ich schon erstaunlich und wie, wie du sagst, also, das ist halt wirklich so ein bisschen, bisschen Kindergarten und wenn ich dann sage, meiner Frau davon erzähle, ne, beim VfB, da ist gerade wieder High Life und hier und da und dann, dann sagt die mir auch, aber warum eigentlich, ne, also können die sich nicht an einen Tisch setzen und miteinander reden, alles erwachsene Menschen, alle haben irgendwie Jobs, äh, mit einer gewissen Verantwortung und, ey, der VfB steht eigentlich so gut da, wie seit Jahren nicht und, und gegen Ende des Jahres kommt dann wieder echt so ein, so ein, so ein Scheiß halt nach oben, ja, wo du denkst, ey, das muss doch nicht sein und, ähm, auf der anderen Seite, wir haben glaube ich, alle Klaus Voigt im letzten Dezember gewählt, damit er in diesen gewachsenen Strukturen mal so ein bisschen Unordnung reinbringt. Genau das macht er jetzt und genau deswegen haben wir jetzt die Situation, die wir jetzt gerade erleben ähm, und insofern haben wir als Mitglieder vielleicht auch alles richtig gemacht und, boah, also ich finde es gerade, es ist echt sehr, sehr schwierig, gerade das zu beurteilen. Und das ist alles auch kein Zufall, dass es genau jetzt passiert, also es glaubt ja wohl kein Mensch, dass es zufälligerweise am 18.12., ja, wenn die, wenn die, wenn die Frist zur Bewerbung endet, zum Präsidentschaftsposten, dass dann auf einmal der Urbina mit dem Artikel um die Ecke kommt, da muss ich auch mal was sagen, das ging mir auch so auf den Sack, ja, die Bild-Zeitung, diesen schwachsinnigen Artikel von der Bild-Zeitung, wo sie den Schuhmacher dafür feiern, wie, toll, endlich sagt's mal einer von den Schuhküller Zeitung, Mensch, super, wie er das macht, denke ich mir, Alter, die erzählen uns seit Jahren irgendeinen Bullshit und betreiben da wirklich Gefälligkeitsjournalismus für die Mercedes-Straße und jetzt nimmt einer einen Artikel auseinander, den wahrscheinlich ein Fünftklässler genauso gut auseinandernehmen konnte, weil da nur Bullshit drin stand und überhaupt nichts gepasst hat und auf einmal soll ich den feiern, no shit, nee, vergiss es und der wusste zu dem Zeitpunkt 100 pro, dass der Urbina an einem ähnlichen Artikel sitzt, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er es nicht wusste, so, und warum werde ich da feinfühlig, weil der Urbina im Artikel dann auch anfängt, ähm, Vogt vorzuwerfen, er würde sein Frauenfußballprojekt nicht voranbringen, er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, den Fakt, dass am 17.12. der VfB vermeldet hat, dass man einen Kooperationspartner aus der Region für Mädchen- und Frauenfußball sucht, ja, nicht mal diesen Fakt hat er angepasst, Klaus Vogt, mach doch was, aber wie willst du denn mitten in Corona-Zeit, wo Vereine wirklich kurz davor sind, vor die Hunde zu gehen, wie willst du denn dann mal einfach so einen anderen Verein ansprechen, oh, oh, wie sieht es eigentlich aus, wir wollen hier was mit Frauenfußball machen, und da gibt es andere Themen, die viel wichtiger sind in dem Moment, es ist auch schon schwierig, Gespräche zu führen in diesen Zeiten, wo du dich noch nicht mal richtig treffen darfst, ich sage nicht, dass es nicht möglich wäre, aber das Frauenfußball nicht am, keine Ahnung, wann ist das Amt gewählt worden, am 15.12. meine ich, dass es am 15.1. durch ist, ist doch wohl auch klar, und wo waren denn eure Aufschreie zum Thema Frauenfußball, als es vor 10 Jahren nicht umgesetzt werden konnte, als es eine Beschreibung gab, von Sindelfingen sich vielleicht mit dem VfB zusammen zu tun, da habe ich keinen Artikel gelesen, wo sowas verurteilt wurde, man sucht sich hier gezielt Dinge, die man ihm vorwirft, die man eigentlich gar nicht vorwerfen kann, und das ist kein Journalismus, Journalismus hat dann auch was Einordnendes, da kann man nämlich eine Antwort zuliefern, da bin ich beim nächsten Punkt, wenn ich Journalist wäre, dann wäre das Erste, was ich mache, wenn ich solche Vorwürfe in die Welt setze, mit demjenigen zu sprechen, dem ich diese Vorwürfe unterstelle, dann frage ich den an, hey, was sagst du da und dazu, nirgendwo stand nur ein fucking Satz von Klaus Vogt, der selbst mit der Vielberg spricht, der Vielberg würde ich nicht mehr auf WhatsApp eine Nachricht schicken und Klaus Vogt hat sich hingesetzt und hat mit ihr gesprochen, dass da die Hälfte natürlich verdreht wurde und weggelassen wurde, ist ein anderes Thema, aber das wird nirgendwo aufgegriffen, warum auch, interessiert ja keinen und SWR oder auch Möhring, die haben sich nicht die Mühe gemacht, mit Klaus Vogt darüber zu sprechen und wie gesagt, wir reden hier noch nicht über die tatsächlich bestehenden internen Probleme, das ist nochmal was anderes, aber ich will einfach, dass der Fakt, dass die Presse hier eindeutig sich auf eine Seite stellt, den möchte ich einfach nicht so einfach übergehen, das ist für mich wichtig, ja, also, mir fällt da fast nichts mehr ein, dann gibt es ja auch noch diese Unterstellung, ja, der Vogt, der lässt den Mutschler einfach weitermachen, ja, obwohl der Mutschler ja eigentlich zum Beispiel in Sachen Datenaffäre, ähm, Mutschler muss zumindest sagen, okay, solange die Aufklärung läuft, äh, solange kann ich mein Amt hier im Präsidium und auch im NLZ, muss man sagen, nicht mehr weiterführen, das ist ja, das, dann siehst du auf einmal den Mutschler, der bei der AG beschäftigt ist, ja, aber mit dem EV gegen die AG ermitteln soll, wie soll denn sowas funktionieren? Das kann nicht funktionieren, der muss einfach aktuell die Ämter ruhen lassen, es gibt gar keine andere Wahl und das kannst du aber Vogt nicht vorwerfen, weil Vogt überhaupt nicht die Möglichkeit hat, Mutschler auf Eis zu legen, dazu brauchen nämlich auch Geiser und Geiser blockiert diesen Vorgang, Geiser möchte nicht, dass Mutschler, äh, äh, ähm, dass Mutschler, äh, äh, abgeschasst wird, beziehungsweise, weil Geiser natürlich dann auch dem einen oder anderen aus dem Aufsichtsrat, sag mal, einen Gefälligkeitsdienst erweisen möchte und das sind keine Dinge, die ich mir gerade ausdenke, das sind Dinge, die werden uns erzählt, warum werden die uns denn erzählt? Frage ich mich natürlich auch, da kommt dann auch immer die Frage, ja, ihr müsstet euch überlegen, was wollen die damit bezwecken? Von den Leuten, von denen ich solche Sachen höre, habe ich eher das Gefühl, dass die wollen, dass es dem VfB in Zukunft besser geht, dass die Leute wissen, was da hinter den Kulissen abläuft. Und, äh, also, wenn du das hörst, und wir erzählen lange noch nicht alles, ja, aber wenn du das so mit, ich, jetzt erzähl ich mal was, was denn schon, nee, jetzt erzähl ich mal was, wie, mit dem VfB, wie, also, Thema Olli Schraff, jetzt, also, ich, ich habe Olli Schraff kennengelernt bei VfB im Dialog zusammen mit Ron Merz, den kennt ihr ja, Brustring 1893, da bin ich auf, äh, Olli Schraff, Ja, genau, Nachspielzeit, ne? Nachspielzeit, richtig. Abonniert die Nachspielzeit, ja. Bin ich auf Olli Schraff zugegangen und habe ihm den Vorschlag unterbreitet, ob es möglich wäre, für, ähm, die Social Media Leute, sag ich jetzt einfach mal, die so auf Twitter unterwegs sind, Blogs haben, oder von mir aus auch, ein Podcast, scheiß drauf, mir ging es nicht konkret um mich oder um Ron, mir ging es einfach darum, wäre es vielleicht möglich, ähnlich wie zum Beispiel bei Fanclubs, äh, bei diesen VfB im Dialog Veranstaltungen einen Platz freizuhalten, so dass man von Seiten der Twitter-User nicht darauf hoffen muss, dass irgendjemand ausgelost wird und zu VfB im Dialog darf, äh, äh, sondern dass man sozusagen einen festen Platz hat und da kann man dann Leute hinschicken, die ja an dem Tag grad Zeit hat oder Zeit haben, an, an, oder einen hinschicken. Da hat Oliver Schraff mich ausgelacht, wie sonst, weiß ich nicht, mein Vater mich ausgelacht hat, wenn ich irgendwie als kleines Kind, äh, statt, statt, äh, einen Kopfsprung irgendwie einen Bauchklatscher gemacht hab. So hat er mich ausgelacht. Man hat sich richtig scheiße gefühlt, ja. Äh, dann hat man sich anschließend nochmal ein bisschen ausführlicher unterhalten, hat festgestellt, okay, so schlecht ist ja offensichtlich, äh, der Gesprächspartner gar nicht. Das galt übrigens für beide Seiten. Und man hat so, äh, sich zu einem Treffen verabredet und das war auch ganz in Ordnung und war auch ganz gut. So, dann haben wir, ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, uns darüber unterhalten, ähm, wie die Sicherheitsmaßnahmen im Vorfeld zum Derby gegen den KSC zu werten sind. Da gab's ja das, dass die Karlsruhe-Fans keine Doppelhalter mitnehmen durften. Im Endeffekt sollten sie sich einfach nur da hinstellen und die Fresse halten. Und ich glaube, der Heim war's, der davon sprach, dass es ein emotionsvolles Derby wird und er freut sich drauf auf Derby-Stimmung und so. Und wir haben uns darüber so ein bisschen lustig gemacht, dass du eigentlich genau diese derby-Stimmung mit deinen merkwürdigen Maßnahmen komplett killst. Äh, einen Tag später ruft mich der Schraft an und macht mich zur Sau, was ich da erzählen würde und ich muss mich da mal informieren, da hätte ich mal bei meinem Verein anrufen müssen und, äh, Informationen an, wo ich mir denke, sag mal, arbeitet ihr wirklich so? Ihr ruft also dann wahrscheinlich auch in Möhringen an, wenn euch irgendwas nicht passt und beschwert euch darüber, dass Journalist XY irgendwelche Meldungen raushaut. Wo gibt's denn sowas? Und ich sag euch, wo es das gibt. Offensichtlich beim VfB Stuttgart und genauso funktioniert das ja auch mit den Artikeln. Da wird irgendjemand angeschrieben, der Urbina, der danach behauptet, der hätte alles super recherchiert. Dabei, äh, die Recherche war der Anruf von Oliver Schraft. Und das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das ist auch das, was man auch von unterschiedlichen Quellen hört und in meinem Fall von drei unterschiedlichen Quellen, die sich nicht kennen. Ich weiß nicht, Sebastian, du hast mindestens auch von zwei unterschiedlichen Quellen genau das gleiche gehört. Wir haben uns darüber ja im Vorfeld unterhalten. Ja, ja, ja. Man kann's ja mal so offen sagen, wie's ist. Ist doch mir scheißegal. Man kann's doch mal einfach so offen sagen, wie's ist. Es sind halt einfach Fakten, die beim VfB hinter Schloss und Riegel so stattfinden. Da wird ständig manipuliert und auf Presse eingewirkt und auch der Versuch unternommen, auf Podcasts und Blogs einzuwirken. Da geh ich jetzt noch nicht mal ins Detail. Aber das geht mir einfach auf den Sack. Und das Thema Mutschler, um darauf wieder zurückzukommen, ja, es liegt halt an Mutschler, zu sagen, okay, ich seh's ein, dass ich hier momentan vielleicht nicht den besten Posten habe. Und eigentlich müsste da was kommen. Und es müsste auch was von der AG kommen, dass man sagt, okay, NLZ, lass mal einfach mal ruhen. Das passt momentan nicht so richtig zusammen. Du kannst, und das muss man, wie gesagt, noch mal unterstreichen, du kannst nicht aktuell als Präsidiumsmitglied mehr oder weniger gegen die AG ermitteln. Weil nichts anderes ist das ja, was gerade stattfindet. Also die Datenschutzermittlungen gehen ja in diese Richtung. Sprich, die AG ermittelt gegen, nee, andersrum, der LV ermittelt gegen die AG. Sebastian Rettet. Genau, das muss man so festhalten. Weil das erste Datum dieser Datenweitergabe war ja vor der Ausgliederung. Und da gab es ja quasi nur den e.V. Und viele Beteiligte, die damals für den e.V. tätig waren, sind jetzt in der AG. Und der e.V. muss ja jetzt prüfen, okay, wer hat damals irgendwie Daten weitergegeben. Und insofern ermittelt ja quasi faktisch der e.V. mit Hilfe von ESECON gegen die AG. Und ja, die Personalie Rainer Hutschler, er sitzt im Präsidium des e.V. Also ist eigentlich an oberster Stelle, wenn es darum geht, mit Hilfe eines Dienstleisters, also ESECON, zu ermitteln gegen einen Beklagten, also die VfB AG. Aber gleichzeitig hat er ja einen Posten im NLZ, in der AG. Also ermittelt er gegen sich selber. Und wer da jetzt keinen Interessenkonflikt entdeckt, boah, der muss relativ blind sein. Und natürlich kann man jetzt sagen, Rainer Hutschler lässt seinen Präsidiumsposten jetzt einfach ruhen. Das wäre total easy. Aber beim VfB ist halt nichts easy. Und deswegen lässt er seinen Präsidiumsposten nicht ruhen. Und jeder muss sich halt selbst irgendwie ein Bild davon bilden. Ja, und da kann man natürlich auch, wie Thomas Hitzesberger sagen, es geht hier immer noch die Unschuldsvermutung. Das hat jetzt nichts mit Hutschler zu tun, sondern das hat er ja in Bezug auf Schrafft gesagt. Allerdings, sowohl bei Hutschler als auch Schrafft geht es für mich jetzt gar nicht so sehr um juristische Schuld, sondern auch um moralische Fragen. Das ist ja das gleiche Ding wie damals bei Wolfgang Dietrich. Also juristisch ist das natürlich völlig okay, wenn der VfB in der Relegation gegen Union Berlin verliert und der Sohn von Wolfgang Dietrich damit richtig Asche macht. Ja, das ist juristisch okay. Aber ich als Mitglied möchte keinen Präsidenten haben, dessen Sohn an einer Niederlage vom VfB verdient. Will ich nicht. Also das ist echt eine moralische Instanz und keine juristische. Und das wiegt für mich als Mitglied fast noch schwerwiegender als die rein juristische Geschichte. Ja, absolut. Das ist irgendeine finanzielle Strafe. Da lachen wir dann irgendwie alle drüber. Also das wird ja keine gravierende Strafe sein für den VfB Stuttgart. Aber moralisch ist das aktuell nicht mehr tragbar, was da in diese Richtung abgeht. Und auch hier hat sich natürlich Urbina nicht erdreistet, nicht aus der Ruhe bringen lassen und hat gesagt, ja Mensch, das mit der Aufarbeitung des Datenskandals, das dauert alles so lang. Das kennen wir noch aus der Bildzeit und das dumme Gelaber, wo ich mir denke, ja, dann dauert es halt lang. Wen juckt es denn? Ich will, dass es ordentlich aufgeklärt wird und wenn das nächstes Jahr im Mai aufgeklärt wird, dann ist es halt erst dann soweit. Mein Gott. Und dazu ist es auch noch teuer. Ja, no shit. Aber der Grund, dass es dazu überhaupt kommen musste, das liegt nicht bei Klaus Vogt. Er sorgt dafür, dass es ordentlich aufgearbeitet wird und nicht mit einer Kanzlei, die irgendwie Verbindungen hat zum ... Das war nämlich eine Idee von anderen Leuten aus dem Verein. Die wollten nicht mit ESECON zusammenarbeiten. Vogt hat gesagt, ey nee, das machen wir ordentlich oder gar nicht. So, das ging von Vogt aus und sonst von keinem und da kann man sich auch mal fragen, warum? Warum eigentlich? Warum haben die anderen nicht das gleiche Interesse, das aufzuarbeiten, wie zum Beispiel Klaus Vogt? Ich kann es euch sagen, weil es genügend Leute gibt, die zumindest davon gewusst haben müssen, was damals abgelaufen ist und durchaus Angst haben, was jetzt die ESECON so ermittelt. Und auch da, ey, da gibt es auch schon Gerüchte, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass eine zweite Kanzleibe beauftragt werden soll, ja, die dann nochmal ermittelt und irgendwie am besten ein ***. Du denkst, wer handelt denn eigentlich überhaupt noch im Sinne des Vereins? Und von außen betrachtet, sehe ich nur einen. Und das ist Klaus Vogt und deswegen nehme ich den auch in Schutz. Ich sage nicht, dass zum Beispiel Thomas Hitzesberger gegen den Verein handelt oder so, aber mit so Aussagen wie, dass Herr Schraft, wie hat er das gesagt, brutal unterstützen wird oder verteidigt, wie hat er das gesagt, weißt du es noch? Ja, irgendwas mit brutal auf jeden Fall. Ja, die Headline habe ich mir auch gemerkt. Ja, da denke ich mir so, nein, nein, der Mann hat uns als Mitglieder, hat er verarscht. Und zwar nicht nur durch diese E-Mail-Geschichte, sondern auch davor schon. Mutschler genauso. Ja, aber auch da hat man es wieder clever gemacht, vom Vereinsbeirat aus gesehen. Ja, als Mutschler und Geiser zur Wahl gestellt wurden, nicht Geiser, Gass zur Wahl gestellt wurden, da hat man sich überlegt, wer hat noch weniger Charisma als Bernd Geiser. Ja, also, da hat man Werner Gass genommen, natürlich gewinnt der Rainer Mutschler. Ja, also, was weiß ich, eine umgedrehte Mülltonne hätte gegen Werner Gass gewonnen, weil der so uncharismatisch ist. Und das ist doch kein Zufall, dass man da solche Leute auswählt. Da kann man natürlich auch sagen, ja, da gab es keine anderen Bewerber und das weiß ich. Ja, da muss halt der Vereinsbeirat andere Leute ansprechen. Also, es ist ja fast schon, ich möchte sagen, peinlich gewesen, wie knapp das für Mutschler am Ende dann zum Präsidiumspost und mir reicht hat. Ja, 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 und das sind alles so Verstrickungen, natürlich, da müsste man jetzt hier zwei Stunden drüber reden und bräuchten vielleicht auch noch den ein oder anderen Gast, der hier nicht im Podcast direkt dann reden wollen würde. Andere, die wollen... So, mit verstellter Stimme vielleicht, oder? Das wäre noch gut. Andere würden sehr gerne hier im Podcast darüber sprechen. Dann ist es halt heute die letzte Sendung. Ist mir auch scheißegal. Ist mir dann echt egal. Mir geht es wirklich nur noch um den... Ich möchte doch einfach nur, dass dieser Verein ein Stück weit zur Vernunft kommt und dass die Leute endlich mal das im Vordergrund stellen und was es eigentlich gehen sollte. Den Verein, den VfB Stuttgart, der muss in, sag ich mal, in eine Richtung gelenkt werden, dass der auch die nächsten Jahre weiter in Bundesliga spielen kann, dass der intern gut aufgestellt wird, dass die anderen Sparten endlich mal, ich sag mal, eher in den Fokus rücken und dass er sich gesellschaftspolitisch auch seiner Antwortung bewusst wird. Der komplette Verein. Auch das wäre mir wichtig. Man kann ja auch mal als Vorbild vorangehen. Das geht doch so nicht. Man hat doch da auch eine Verantwortung. Und tatsächlich ist für mich dann aus VfB-Sicht auch der sportliche Erfolg nicht das absolute Maß. Also wenn man mir jetzt sagt, hey, ihr steigt wieder ab und ihr spielt irgendwie eine gute Zweitligasaison, aber dafür habt ihr irgendwie eine florierende Frauenfußballmannschaft. Ich glaube, ich würde es unterschreiben tatsächlich. Also mir geht es nicht primär um den sportlichen Erfolg. Ich möchte einen Verein haben, einen VfB haben, wo ich den Präsidenten cool finde, wo ich den Vorstandsvorsitzenden cool finde, wo ich den ganzen Verein cool finde. Ich möchte doch nicht irgendwie um des sportlichen Erfolgs willen alles andere irgendwie opfern. Also es geht ja um den Verein als Ganzes. Und da müssen wir irgendwie eine gesunde Balance finden, ein gesundes Maß finden, dass wir das irgendwie hinbekommen. Und ich finde es halt wirklich verheerend, dass der VfB nicht nur sportlich, sondern auch in der Außendarstellung so gut dasteht, wie eigentlich seit Jahren nicht. Und dann hast du da irgendwie so einen Schwellbrand, der immer größer wird. Und du merkst, hey, intern stimmt es überhaupt nicht. Und dann denkst du dir, ihr braucht doch einander. Also rafft euch doch mal, setzt euch zusammen. Und ich glaube, dass die handelnden Personen, die aktuell am Ruder sind, die können es auch zusammenschaffen. Und da muss man wirklich mal alle Eitelkeiten vielleicht beiseite legen. Aber ich glaube, nur so geht es. Und ich finde es auch ganz furchtbar, wenn man jetzt auch merkt in sozialen Medien, da gibt es jetzt Team Hitzlsperger und Team Vogt. Und da denke ich, nee, also ich bin nicht Team Hitzlsperger und ich bin nicht Team Vogt. Ich bin Team VfB. Mir sind Hitzlsperger egal. Also mir ist Hitzlsperger egal. Mir ist auch Vogt egal. Also ich will, dass der VfB möglichst gut dasteht. Und wer auch immer das ist, ja, also rafft euch mal, reißt euch zusammen und versucht mal das Beste für einen Verein und für eine AG zu finden, die halt einfach seit 125 Jahren besteht. Und da sind halt kurze Amtszeiten völlig irrelevant. Ja, es geht einfach um den VfB und nicht um irgendwelche Lager. Du sagst es. Und ich wünschte, oder ich wünsche mir, ich könnte es so ausdrücken wie du. Ich bin leider viel zu impulsiv, aber das gehört vielleicht auch so ein bisschen dazu, dass man irgendwann gar nicht mehr rational mit diesen Themen umgehen kann, weil es sich immer wiederholt und immer wenn man denkt, jetzt ist man auf dem richtigen Weg, dann kommt wieder so eine Scheiße um die Ecke und du denkst dir, warum, warum gebe ich mir, warum verschwende ich so viel Zeit jeden Tag mit diesem Verein? Ja, und dann noch Ende des Jahres. In drei Tagen ist Weihnachten oder so. Wir hätten echt Besseres zu tun. So sieht es aus. Zum Glück gibt es dieses Jahr keine richtige Winterpause, in der wir uns irgendwie runterfahren könnten, die jetzt vom VfB dann irgendwie geblockt wird. Also insofern geht es halt nonstop durch, aber trotzdem. Also es ist schwierig. Und ich möchte nochmal ganz eigentlich hier eins klarstellen. Ich bin absolut dafür, dass Klaus Vogt in Sachen operatives Geschäft nicht reinquatscht. Und ich bin mir sehr sicher, dass Klaus Vogt das genau wusste. Er wusste, dass nach Dietrich eher ein repräsentativer Präsident gefragt ist. Aber trotzdem jemand, der im Verein was verändern möchte. Und zwar Dinge, die wichtig sind. Politische Statements, die man setzt. Wie gesagt, das Öffnen hin zum Frauenfußball ist ein wichtiges Thema. Geht aber nicht von heute auf morgen. Schon gar nicht in der Region Stuttgart, wo es keine Plätze gibt. Wo man auch vielleicht Dinge berücksichtigen muss, wie, also du kannst ja nicht einfach mal einen Verein gründen und dann bei allen anderen umliegenden Vereinen die guten Spieler wegholen. Also auch da hat man ja eine Verantwortung, als so eine große Mannschaft, als so ein großer Verein wie der VfB Stuttgart. Also Dinge müssen berücksichtigt werden. Und vor allen Dingen, wenn du jemandem sowas vorwirfst, gehört das halt auch in den Artikel mit rein, dass es genau diese Probleme gibt, bei der Lösung des Problems, hier irgendwie eine Frauenmannschaft an den Start zu bringen. All sowas erwarte ich zum einen von der Presse und das, was du gesagt hast, bezüglich der zuständigen Person, die hier die Handelshoheit haben. Da erwarte ich einfach, dass man sowas intern, möglichst in kleinen Gruppen diskutiert und dann das auch intern lässt und das nicht der Erstbeste dann direkt beim Journalisten anruft, die, natürlich, die lecken sich die Finger, wenn da einer anruft. Die haben ja sonst nichts, über was sie berichten können. Der guckt dir doch einfach mal die Artikel an von den diversen Zeitungen und Outlets, die es da so gibt. Das ist ja lächerlich teilweise. Die können dir ja nicht mal richtig erklären, wie Pettiglino Matarazzo Fußball spielt und da sitzen drei Leute auf der Tribüne, wo man sich fragt, was machen die da den ganzen Nachmittag? Gucken die nur Fußball oder haben die auch eine Ahnung von dem, was sie da schreiben? Und das betrifft nicht alle. Ich verallgemeine natürlich hier in meiner Aussage, machen die aber genauso. Ja, da wird ja auch nicht differenziert über irgendwas berichtet, sondern da wird auch grundsätzlich alles über einen Kamm geschert und alles geschoren, heißt es wahrscheinlich. So. Ja, sorry. Also, ich merke schon, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Aber ich bin so frustriert, Sebastian, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich bin so, ich bin dem, ich bin am Ende. Ich bin einfach am Ende. Dieser Verein hat mich geschafft. Ich habe auch keinen Bock mehr. Wir haben auch eigentlich alles besprochen, glaube ich, oder? Ja, genau. Also, ich wollte noch kurz abschließend sagen, also, wir haben es ja in der letzten Folge, vorletzten Folge schon mal gesagt, also, ein VfB-Fanjahr sind so viel wie sieben Fanjahre eines anderen Klubs. Das wollte ich noch kurz erwähnen. Und, also, mir persönlich zum Beispiel geht es gar nicht darum, dass Klaus Vogt wiedergewählt wird. Mir persönlich geht es darum, dass die Mitglieder die Möglichkeit haben, Klaus Vogt wiederzuwählen. Wenn der Vereinsbeirat einen Gegenkandidaten findet, von dem die Mitglieder sagen, hey, der ist besser als Klaus Vogt. Ja, klar, super. Ja, stellten auf, dann wählen wir ihn, ja. Und dann ist Klaus Vogt abgewählt. Ist doch super. Aber meine große Furcht ist halt immer noch, dass Klaus Vogt nicht wieder aufgestellt wird. Jetzt haben wir ja heute gesehen, es gibt nur wenig Gegenkandidaten. Also, insofern ist die, 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 die Option, dass er nicht aufgestellt wird, verschwindend gering. Aber wir haben ja auch schon besprochen, der Vereinsbeirat kann natürlich auch im Nachhinein noch Kandidaten nominieren. und Mr. X, der vierte Kandidat, könnte auch ein Platzhalter sein. Also, mal gucken, was da noch kommt. Aber, ja, wie gesagt, ich habe kein Problem damit, am 18.3. eine MV zu haben, in der Klaus Vogt gegen einen Gegenkandidaten antreten muss. Und wenn der Gegenkandidat aus Sicht der Mehrheit der Mitglieder besser ist als der Amtsinhaber, gut, dann ist es halt so. Das ist Demokratie, dem muss man sich stellen. Aber ihn halt nicht aufzustellen, wäre halt, ja, ein grobes Foulspiel vom Vereinsbeirat. Und, ja, ich glaube, es bleibt halt tatsächlich spannend. Und eigentlich hätten wir uns jetzt so eine richtig schöne, langweilige Mini-Winterpause gewünscht auf Platz sieben liegen. Also, weitaus besser als erwartet. Sportlich läuft es halt brutal gut. Die Mannschaft begeistert. Aber trotzdem ist halt irgendwie die Kacke am Dampfen. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen VfB-DNA. Muss so sein. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin in der Aufnahme gesagt habe. Ich habe es auf jeden Fall schon mal gesagt. Ich möchte es auch sicherheitshalber nochmal wiederholen. Und die Sorge, die ich halt habe, ist, dass Klaus Vogt, der für mich von allen Beteiligten am ehesten darauf bedacht ist, dem Verein, ich sag mal, zu dienen und das Bestmögliche zu erreichen, das ist jedenfalls den Eindruck, den ich bislang gewonnen habe, dass der sich jetzt sagt, hey, wenn meine Wiederwahl, wenn meine Aufstellung so ein Chaos auslöst, dann gehe ich lieber. Dann lasse ich lieber andere das Ding hier übernehmen. Es bringt nichts, wenn der Verein ins Chaos gestürzt wird. Es läuft sportlich. Jetzt wird auf einmal thematisiert, was ich für Probleme haben soll mit Vogt, mit Hitzesberger. Da hört man auch, dass das nur ein absoluter Nebenkriegsschauplatz ist, der da aufgemacht wird. Und eigentlich sind ja auch die Felder ganz klar abgesteckt. Da gibt es ja kaum Diskussionsbedarf letzten Endes. Also jeder weiß im Endeffekt, was er machen kann und was er nicht machen kann. Und wir haben uns immer gewünscht, dass der Präsident eben nicht so eine Macht hat, dass er in die AG eingreifen kann sozusagen. Also das haben wir ja bei Dietrich, haben wir es ja verteufelt. Und genau das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Und an und für sich ist das ja eigentlich klar. Deswegen auch da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter, ob es da wirklich so Probleme gibt zwischen Hitzesberger und Vogt. Ich habe ja andere Leute im Verdacht, die gezielt Informationen streuen und dazu beitragen, dass vielleicht Klaus Vogt nicht mehr zur Wahl aufgestellt wird oder selber zurückzieht, was auch immer. und der eine oder andere schießt ja auch ganz bewusst gegen Thomas Hitzesberger. Warum auch immer, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Aber ich, Sebastian bin durch für heute. ich weiß auch nicht. Genau, aber das wollte ich noch kurz sagen, also eine Amtsaufgabe von Klaus Vogt, das fände ich genauso falsch, wie die Leute sagen, wenn sie den Vogt nicht wieder aufstellen, dann trete ich aus aus dem Verein. Wo ich sage, nee, also wenn sie ihn nicht wieder aufstellen, dann tretet ein in den Verein und sagt alle, ihr müsst alle irgendwie Mitglied werden, damit wir irgendwas ändern können. Weil, wie gesagt, das wäre grobes Foulspiel, Tätlichkeit, Anspucken aus naher Distanz, was auch immer. Also du musst ihn aufstellen, weil er ist halt wirklich beliebt. Egal, wer mit ihm Probleme hat, du musst ihn erneut aufstellen. Bring einen Kandidaten, der besser ist, wer auch immer das sein mag und dann lass die Mitglieder entscheiden, weil das haben sich die Mitglieder verdient und es dürfen nicht acht Leute darüber entscheiden, wer neuer VfB-Präsident wird. Ich gebe dir recht, aber ich sage dir auch, also das ist meine Meinung, wenn jetzt wirklich Klaus Vogt nicht aufgestellt wird und wir erleben dann irgendwas C gegen Kakao, was man ja so gerüchteweise ab und zu mal irgendwo hört, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja, oder C gegen Friedi Mehler. Naja, gut, dann ist sowieso durch. Aber nee, ich meine jetzt wirklich, wenn C gegen Kakao oder sowas kommt und Klaus Vogt wird nicht aufgestellt, ich weiß nicht, ob ich da noch Bock habe auf den ganzen Mist. Ja, natürlich, das ist ja die erste Reaktion, wo man sagt, hey, dann macht euren Scheiß einfach alleine. Aber das ist natürlich nüchtern betrachtet, ich weiß, das fällt schwer, aber es ist nüchtern betrachtet, die komplett falsche Reaktion, da muss man sagen, hey, wie könnt ihr nur, und da müssen wir dagegen steuern. Aber ich muss abwägen, was tut mir das gut oder tut mir das nicht gut. Und ich merke ja, wie es mir nicht gut tut. Seit Freitag fühle ich mich scheiße. Es ist wirklich so, ich fühle mich einfach. Ich kann das komplett nachvollziehen. Weil es auch klar war, dass sowas kommt. Am Wochenende, du lässt das Handy beiseite, du guckst in keine Twitter-Gruppe, du guckst in keine WhatsApp-Gruppe, du guckst in keine Telegram-Gruppe, du machst einfach mal VfB frei, ja, den ganzen Samstag. Aber es klappt halt nicht und es zieht dich runter. Keine Frage. Und das war es auch noch nicht. Also wer jetzt glaubt, dass das Thema jetzt durch ist, nee, da sind die nächsten Artikel sind schon in der Pipeline, wie man so schön sagt. Und da kommt jetzt in der nächsten Zeit immer mal wieder was und das Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen. Das ist nicht jetzt einfach so abgehakt und das Einzige, was jetzt zur Beruhigung beitragen kann, ist ein klares Statement, am besten von Vogt und Hitzesberger zusammen. Also ich weiß, dass es schwer ist, was ich jetzt hier fordere oder schwer umzusetzen ist, aber damit würdest du eine ganze Flut an Artikeln sozusagen Wind aus den Segeln nehmen. Was weiß ich, was ich gerade erzähle. Ich bin durch zu passen. Ich habe keinen Bock mehr. Der Verein macht mich fertig. Ich bin an einem Punkt. Ganz ehrlich, ohne Podcast weiß ich nicht, ob ich noch Bock hätte auf diesen Scheiß. Ganz ehrlich, also der Podcast hält mich hier bei der Stange. Das ist das Einzige, was mich aktuell beim VfB hält. Der Podcast und die Leute drumherum, die man auf Twitter kennenlernt, damals beim Becher fand und so. Das ist so schade, weil eigentlich gibt es, du hast es gesagt, so tolle Themen gerade, wie sich die Mannschaft entwickelt und so und wir reden über so ein Bullshit. Aber so ist es halt. Sebastian, ich danke dir, dass du dir den Blödsinn von mir hier angehört hast. Du, sehr gerne. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dann. In 48 Stunden, genau. Bis dann, macht's gut, ciao. So ein Schwachsinn, du Rupi.